Hallo, herzlich willkommen zur 140. Folge von Wiederaufführung. Alte Filme neu entdeckt, großlustern, stellen Thesen, garantiert nicht spoilerfrei, mit dem Christian und mir, dem Max. Hallöchen. Da hast du dir was ausgedacht wieder. Ja, 140 Folgen, Wiederaufführung und jede Menge Specials, Besonderheiten. Es ist ja gut, dass wir jetzt 2001 besprechen, so zum Ende des Jahres. Und ach so, alles Gute zu Weihnachten, weil das ist so die Idee, dass wir das jetzt sozusagen als, von uns bekommt ihr das unter den Weihnachtsbaum gelegt, diese Folge. Ob ihr euch das gewünscht habt. Also niemand wurde gezwungen, hier eine Datei herunterzuladen bei uns. Das ist ja alles freiwillig. Und genau, das ist auch ein Startschuss für noch mehr Science Fiction. Was soll ich da mal überraschen? Wenn es schon spruchreif wäre, würde ich mehr erzählen. Aber da ist was in Planung. Das könnte sein, dass es da zum neuen Jahr schon was ganz Besonderes gibt, was du ein kleines bisschen besser weißt schon als die Zuhörer gerade, wenn du aufmerksam unseren Nachrichtenverkehr gelesen hast. Aber es ist tatsächlich noch nicht ganz spruchreif. Deswegen kann ich das noch nicht final ankündigen. Das werdet ihr bei Facebook und Twitter ja dann schon vielleicht auch bis zum 24. längst gemerkt haben. Aber ja, schön so, 2001. Und als nächstes habe ich gedacht, 2001. 2001. Also im Sinne von, was um alles in der Welt, Max, können wir denn jetzt noch dem hinzufügen? Ist nicht schon alles gesagt worden. Ja. Wahrscheinlich, also ich würde auch sagen, es ist eigentlich so, es ist nämlich alles schon erzählt. Aber man kann ja trotzdem sagen, was man so denkt. Machen andere ja auch. Ja, ich meine, das, was man denkt, ist zum Beispiel ganz hilfreich. Ich meine, also man kann natürlich auch immer noch was wissen so. Aber das wäre ja für mich gar nicht jetzt so der Anspruch. Sondern für mich ist das ja eigentlich nochmal die spannende Frage, wozu gibt es diesen Film? Warum interessiert den überhaupt noch irgendjemand? Der ist doch schon uralt. Warum hast du den rausgesucht für die Schatzkiste? Es ist ja immer noch das Thema Filme von vor ungefähr 50 Jahren. Und 68 ist eben 50 Jahre jetzt so ziemlich her. Ja. Darum hast du 2001 ausgesucht. Also eben ist ein, der wird offizieller als europäischer, also als britischer Film gelistet. Ah, stimmt. Das ist ja auch immer ganz gut. Ja. Ist ja auch komplett in Großbritannien entstanden, wenn ich das richtig verstehe. Wobei Douglas Trumbull hat ja auch seine ganzen Effektgeschichten, hat er auch alles in den Schabbergen Studios gemacht, ja. Ich glaube, Borham Wood war das diesmal. Ah, ja, für mich gibt es immer nur ein Studio. Ja, ja. Ja, und ich glaube, das ist einfach mal ein schönes Ding auf der großen Leinwand. Ein schönes Ding. Ja, wir sollten drüber reden. Ich bin noch gespannt. Also es ist wirklich so, also ich bin quasi irgendwo zwischen, das wird das schlechteste Podcast, den wir je gemacht haben oder einer der besten, weil es gibt wirklich meiner Meinung nach nicht, also ich habe keine Lust, auch nur noch einen Podcast mir anzuhören, der über 2001 spricht. Es gibt nichts, was ich noch von anderen noch dazu hören möchte und ich möchte mir selbst dabei eigentlich auch nicht zuhören. Schön war aber tatsächlich das Kinoerlebnis gestern im LIWU. Also ich weiß auch nicht, die haben wir schon ein paar Mal geschaut, auch schon einmal auf einer sehr großen Leinwand und ich habe mich sehr, sehr gerne in die erste Reihe gesetzt und habe mich wieder gefreut, dass ich komplett synchron mit diesem Film schwinge. Also für mich ist dieser Film nicht eine Sekunde zu lang. Ich genieße, dass der so frei ist von aufgesetzten Geschichten, dass der kein, also ich muss, ich muss nicht irgendein, also was mit aufgesetzten Geschichten meine ich im Sinne von, es gibt nicht irgendeine Heldenreise mit Liebesdrama und Ähnlichem. Ja, also es ist so, alles ist passiert in den Augen eines Darstellers und der Rest passiert in meinem Kopf. Also ich finde das sehr schön. Eines Darstellers? Ja. Viel mehr, Kissen. Ja, ach, das fehlt alles nicht. Wir reden jetzt von den Affen oder was? Warum sind das eigentlich Affen? Das ist doch die Wiege der Menschheit. Sind das nicht einfach Urmenschen? Tja, du, ich sag das ja so Affen, also es ist ja in vielen Dingen sehr gut und zum Beispiel auch darin einem ja das auch nicht vorwegzunehmen ist, ja, es gibt ja keine Bildunterschriften, die einem das jetzt erklären, was man da gerade sieht, außer Dawn of Man. Ja. Und diese Schriftart, die einen gleich an alle möglichen John Carpenter Filme denken lässt, also mich zumindest, für die Schriftart einfach. Ja, bevor wir da jetzt so reinsteigen, lass uns doch mal reinhören in die Einführung, die du gegeben hast. Ich habe sie tatsächlich dieses Mal verpasst. Ich wäre jetzt sehr neugierig, also wir springen jetzt sozusagen, also in dem Moment, wo wir aufnehmen. Jetzt ein super Schnitt wird das jetzt. Ja, jetzt wird wieder ein super Schnitt. Ja, mit super Schnitten kennt der Film sich auch aus. Ich finde übrigens, dass es neben diesem einen Schnitt, über den immer alle reden, noch viele andere sehr großartige Schnitte gibt. Aber dieser Schnitt, den wir jetzt machen, der geht sozusagen, willst du das heute aufnehmen oder weißt du das noch nicht? Ich hoffe, ich kriege sie. Ja, genau. Heute läuft dann die deutsche Fassung, so am Samstagabend. Und da hören wir jetzt mal rein, was du da in der Einführung erzählt hast. Schönen guten Tag. Hallo, herzlich willkommen zur Levo-Schatzkiste. Dem Ort für Filmklassiker und Perlen der Kinogeschichte. Heute 2001, A Space Odyssey, 2001, Odyssey im Weltraum aus dem Jahr 1968. Regie Stanley Kubrick. Und gleich wäre die Frage in die Runde. Wer hat denn den Film noch nie gesehen? Einmal Hand hoch. Ja, denn sie wissen nicht, was sie tun. Wir sind mittendrin in der Schatzkiste Staffel 2007, 2018. Und das ist auch das Anliegen der Levo-Schatzkiste, wer sich eben gemeldet hat. Der hat alles richtig gemacht, denn wir wollen alte Filme dort zeigen, wo sie hingehören. Auf der großen Leinwand, denn nur da können sie die ganze Pracht und Wirkung entfalten. Und wenn man dann noch ein paar andere Leute um sich rum hat, dann wirkt das gleich nochmal ganz anders, als wenn man das zu Hause auf einem vielleicht technisch hochgerüsteten Fernseher zwar hat, aber das ist alles sehr begrenzt. Und gerade bei diesem Film, da ist selbst zugegeben unsere große Leinwand vielleicht nicht groß genug, aber ich glaube, bei diesem Film müsste eigentlich so ungefähr der Himmel angestrahlt werden. Dann wäre das so etwa das richtige Format. Wie gesagt, wir sind mittendrin. Schatzkiste Staffel 2017, 2018. Filme von vor ungefähr 50 Jahren. Und 1968 war eben jetzt so vor fast 50 Jahren. Und das ist der einzige Film, für den Stanley Kubrick einen Oscar gewonnen hat. Und gerne reinrufen, wenn jemand weiß, für welche Kategorie dieser Film einen Oscar gewonnen hat. Genau, Spezialeffekte. Völlig richtig. Best, best, best. Visual, 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 visual. Einmal feier Eintritt. Oh, geil. Ja. Ja, und weil ich ja finde, alte Filme kann man nicht einfach so zeigen, sondern da muss noch jemand völlig fachmännisch etwas dazu sagen, stelle ich mich dann hier hin und tut so, als könnte ich das. Diesmal habe ich ziemlich lange überlegt, was kann ich denn bei der Einführung zu diesem Film erzählen? Sollte ich was sagen zu den Spezialeffekten, zu diesen Raumschiffmodellen, die 17 Meter groß waren, die man gebaut hat, zu riesigen Riesenrädern, die 38 Tonnen wiegen, damit man das Gefühl von Schwerelosigkeit vermitteln kann, dass es natürlich 1968, beziehungsweise 64 bis 68, so die Entstehungszeit des Films, noch gar keine Computer gab. Das heißt, es gibt in diesem Film keine CGI-Effekte. Es ist alles in der Kamera getrickst, alles handgemachte Effekte. Habe ich gedacht, nee, brauche ich nicht erzählen. Sollte ich vielleicht über die Arbeit am Set erzählen, wo Stanley Kubrick immer nur mittels Assistenten zu den Schauspielern gesprochen hat. Das heißt, wenn eine Szene gedreht worden ist, dann hat er zu dem Assistenten gesagt, frage doch mal bitte Schauspieler XY, was er jetzt hält, wollen wir es denn jetzt XY so und so drehen. Dann hat der Schauspieler gesagt, Stanley, kein Problem, machen wir. Aber das hat Stanley Kubrick nicht gehört. Das hat er nicht wahrgenommen, denn man hat nicht mit seinem Assistenten gesprochen. Deswegen muss der Schauspieler sagen, ja, sagen Sie mal bitte Herrn Kubrick, wir können das so und so machen. Ja, super, das können wir machen. Das ist okay. Okay, aber das wollte ich auch nicht erzählen. Habe noch überlegt, soll ich sowas sagen zum Thema, dass sich aus dem Drehbuch zum einen der Film entwickelt hat, zum anderen der Roman von Arthur C. Clarke. Deswegen ist es nicht ein Film nach einem Buch oder ein Buch zu einem Film, sondern es eben ein Film und ein Buch. Und dann gibt es noch eine Fortsetzung an anderer Stelle. Oder dass Stanley Kubrick die Drehzeit um lächerliche 16 Monate überzogen hat und das Budget von 6 Millionen Dollar auf 10,5 Millionen Dollar explodiert ist. Habe ich mir auch gedacht, naja, so interessant ist das vielleicht gar nicht. Ich habe mir einen anderen Aspekt ausgesucht, nämlich die Frage, wie wurde dieser Film eigentlich damals gezeigt? Denn da gibt es ein paar Besonderheiten. Ich weiß nicht, wie vertraut hier die meisten so mit dem Thema Superpana-Visionen und 70-Millimeter-Film sind. Ja, alle. Genau, ja, also es ist ein 70-Millimeter-Film, das heißt kleiner Filmstreifen statt 35 Millimeter, wie das damals üblich war, Filmmaterial, 70 Millimeter. Und wenn man da dann so ein Stückchen Licht durchgepustet hat, dann ist hier hinter mir so alles hell geworden, eigentlich noch viel größere Leinwände. Die 70-Millimeter-Filme damals in Hollywood waren eine große Sache. Deswegen hat man nicht gesagt, so, heute ist Start und im ganzen Land kann der Film jetzt geschaut werden. Nein, 70-Millimeter-Filme waren was Besonderes. Das machen wir erst mal nur zum Start in Großstädten wie Los Angeles, New York, Chicago, wo es eben Paläste gibt mit vierstelligen Besucherzahlen oder Sitzplatzzahlen und mit gekrümmten Leinwänden, weil da dieses Format, in dem dieser Film aufgenommen worden ist, das sogenannte 2 zu 2,0, 2,20 zu 1 gedreht worden ist. Das bringt das dann ein bisschen besser rüber. Also man kennt das ja zu Hause, der Fernseher, der ist in 16 zu 9 in der Regel. Also 1,78 zu 1, dann wird es ein bisschen breiter Kino, das ist 1,85 zu 1. Dann kommt dieses Dazwischenformat, 2,20 zu 1, dann gibt es noch 2,35 und ganz breit ist dann 2,76 zu 1. Ich glaube, Ben Hur zum Beispiel, da weiß man dann gar nicht mehr, wo man noch hingucken soll, wenn man zu dicht dran sitzt. Und dafür wurden eben richtige Kinotempel gebaut. In Deutschland gibt es noch so als Mekka zum Beispiel die Schauburg in Karlsruhe, die auch immer noch sehr regelmäßig 70-Millimeter-Filme vorführen. Das Savoy in Hamburg hat jetzt wieder ein bisschen mehr da angefangen. Und der eine oder andere kennt vielleicht diesen Begriff Roadshow durch Quentin Tarantinos Hateful Eight. Der hat das versucht, so ein bisschen wiederzubeleben. Der hat den auch eben auf 65 Millimeter gedreht und dann 70 Millimeter in die Kinos gebracht. Und dann war es eben so, wenn dann die Premiere war für diese Filme in den Großstädten, dann konnte man nicht einfach an die Abendkasse gehen, ich hätte gern ein Ticket. Nein, man musste im Voraus reservieren und so und alles machen. Und wenn man dann in diesen Kinopalast kam, war der Vorhang noch geschlossen und es ertönte aber schon Musik. Die Ouvertüre lief bei geschlossenem Vorhang und das war eben so die Begrüßungsmusik. Die Gäste kamen gerade rein, haben sie noch ein bisschen unterhalten. Zigarette noch schnell fertig geraucht, vielleicht doch nochmal schnell auf Toilette gerannt. Und dann hörte die Musik auf, der Vorhang öffnete sich und der erste Teil des Films begann und man wurde eingesaugt in dieses Erlebnis 2001. Dann gab es vom Regisseur eine intendierte, also wirklich vorgesehene Pause. Nicht so, wie das heute manchmal bei überlangen Filmen ist, dass die Kinos sagen, da haben wir vielleicht eine Vorstellung weniger, dann machen wir eine Pause rein, damit wir die Leute nochmal an den Tresen kriegen, damit wir Umsatz machen. Sondern eine sogenannte Intermission. Das heißt, an einer bestimmten Stelle im Film hat sich der Regisseur gesagt, so, das muss der Zuschauer jetzt mal kurz verdauen, so ein bisschen wirken lassen auf sich, vielleicht nochmal austauschen mit den anderen, was haben wir verstanden, was haben wir vielleicht auch nicht verstanden, was können wir uns nicht erklären. Es gab also eine Pause, man konnte auch nochmal sich die Beine vertreten. Ich hätte jetzt beinahe gesagt, rauchst gehen zum Rauchen, aber das war ja damals in öffentlichen Räumen noch erlaubt. Dann setzte nach ein paar Minuten wieder ein bisschen Musik ein und das Licht wurde wieder abgeschaltet und dann begann der zweite Teil des Films, diese unglaubliche Reise, aber ich will natürlich nicht zu viel vorwegnehmen, für die, die den Film noch nicht gesehen haben. Und dann, nach dem Abspann, bei dem man natürlich brav sitzen blieb und sich alles ganz genau durchlas bis zum letzten Buchstaben, gab es noch die sogenannte Exit Music, das heißt, das Licht wurde auch wieder langsam gedimmt nach dem Abspann und es gab noch eine Rausschmeißermusik sozusagen, auch nochmal aus dem Film. Warum habe ich das jetzt alles erzählt? Ich habe versucht, das so ein bisschen zu rekonstruieren für diese Vorstellung. Sie sehen, wir haben hier keinen Vorhang, unsere Leinwand ist auch nicht gekrümmt, aber nichtsdestotrotz wird jetzt gleich die Overtürenmusik erklingen. Sie können nochmal ein bisschen rascheln mit Sachen, nochmal unterhalten, die Telefone in den Flugmodus versetzen, denn es wird ein sehr langer Flug jetzt gleich werden und dann eintauchen in die Welt von 2001. Es wird die Intermission geben, es wird fünf Minuten Pause geben, eventuell wird dann die Chefin auch nochmal kurz Bescheid geben, wenn es dann nachher weitergeht, als keiner zu lange draußen stehen bleibt. Und dann geht es in diesen überraschend starken zweiten Teil. In diesem Sinne noch die kleine Ankündigung. Im Januar machen wir weiter mit Spiebel das Lied vom Tod, dann ausnahmsweise Metropol. Und jetzt bleibt mir eigentlich nur noch eine einzigartige, gute Reise zu wünschen. Viel Spaß mit 2001. Das ist im Weltraum. Dankeschön. Ah ja. Ja, ist gut, dass man den Leuten das mal erklärt, wie das gemeint ist mit den ganzen Pausen, denke ich gerade. Also weiß ich, dass du das erzählt hast, obwohl ich das gar nicht gehört habe. Ja, aber ich habe gedacht, naja, stellst du dich jetzt hin, erzählst du mir was zu den Spezialeffekten oder erkläre ich jetzt die Bedeutung des Films? Was sozusagen jeder immer schon gemacht hat, dann denke ich halt, nee, lassen wir den Film vielleicht doch eher noch ein bisschen einfach so wirken, wie er ist, ohne jetzt eben zu sagen, naja, es ist halt 4CGI, es ist eben alles handgemacht, alles in der Kamera. Was selbst mich dann bei dem Trip zum Schluss ja noch nochmal die Augen aufgehen lassen hat, als ich ihn jetzt nochmal geguckt hatte. Eine Vorbereitung, wo ich dachte, ja klar, so dann nochmal so die kleine Erklärung. Ach ja, wir haben halt dieses Tetraheda oder was auch immer abgefilmt, dann da nochmal einen Spiegel, hier nochmal einen Spiegel. So, klasse, also, hätte auch gedacht, ne, da hat halt irgendeiner irgendwo ein paar Knöpfe gedrückt oder Bilder gemalt. Aber alles in der Kamera und dementsprechend, nö, wie ist der denn halt früher gelaufen und, ja, damit man das Gefühl, ich habe dann auch überlegt, wir hatten das ja beim Parten oder Parte 2, welcher war das eigentlich? Einer von beiden war das ja auch schon mit Pause zumindest. Der zweite, ja. Also so völlig aus dem Nichts kommt es quasi nicht, aber, ja. Ja, ich finde, ja, also, das hatten wir ja hier auch schon, glaube ich, recht ausführlich, das macht ja Sinn. Das ist ja nicht, also, ich fand, also eine Pause, die eingeplant ist, die nicht durch Steigerung des Verkaufs von Getränken und Süßigkeiten gedacht ist, sondern die wirklich meint, hier braucht der Film eine Pause, damit sozusagen neu ausgeholt werden kann. Das ist eigentlich ganz schön. Also ich habe den ja tatsächlich auch, zuerst kannte ich den immer aus dem Fernsehen, so, ne, da waren das quasi die Zwangswerbepausen und zu der Zeit, als ich den geguckt habe, gab es den dann aber auch immer schon sowas wie drei Uhr nachts auf Sat.1, das liegt dann auch manchmal glatt werbefrei durch. Und hätte mich da jetzt einer gefragt, wann war da wohl im großen Kino 70 Millimeter Spezial Sonderwunder, die Pause, hätte ich natürlich immer gedacht, naja, vor der Jupiter-Reise, bevor das sozusagen losgeht, ne. Ist aber irgendwie auch ein schöner Moment, wo das tatsächlich ist. Ja, weil es den Film eben natürlich auch, also. Achso, das kann man ja gut sagen, also es ist an der Stelle, wo die, ähm, die beiden Astronauten, die wach sind an der großen, äh, in der großen Raumsonne, äh, beschließen, ähm, sozusagen, hell, sozusagen beim nächsten Mal, wenn er Quatsch erzählt, abzuschalten. Und sie haben sich, äh, sie glauben, sie werden nicht abgehört, aber sie werden beobachtet, die Lippen werden gelesen. Und das ahnen wir schon als Zuschauer, bevor wir das wirklich wissen. Und dann, zack, kommt die Pause, ne. Bist du richtig? Ja. Genau. Ja, also es ist, der, der erste Teil des Films eben ist dadurch halt, ich weiß nicht, ob in drei gleiche Teile, aber eben in, in drei Teile ja quasi gegliedert eben mit, äh, Dawn of Man, dann die, der vermeinte, also der Teil, der dann vermeintlich tatsächlich 2001 spielt. Mhm. Äh, und eben dann nochmal anderthalb Jahre später die Jupiter-Mission, was ja eben so drei Stränge sind, die sich dann auf die ein oder andere Weise auch irgendwann verknüpfen. Oder, wenn so der ein oder andere Kreis geschlossen wird. Ja, und für mich sind das quasi wirklich einfach total ausladende Expositionen, deswegen rede ich da so selbstbewusst davon, es gibt nur eine Figur. Es liegt natürlich daran, äh, das, was man dann doch vielleicht am ehesten noch als Heldenreise so benennen könnte, wenn man dann unbedingt meint, man müsste irgendwelche langweiligen dramaturgischen Modelle auf diesen Film anlegen, ähm, dann ist das natürlich so die letzte halbe Stunde, die wir da mit dem, äh, überlebenden Astronauten in andere Welten, äh, äh, entweichend. Der, der, der etwas anders dargestellte Landeanflug. Oder was auch immer es überhaupt ist, ja. Ja, ja, ich, für mich ist das ja eine Reise nach innen. Und, äh, ich, ja, also ich habe auch so gemerkt, dass das für mich, also wenn ich so sage, ne, also der Film hat so genau meinen Rhythmus, dann ist das wirklich, dass das, äh, finde ich, auch wirklich schön anzieht. Und, äh, ich sitze da wirklich, also ich sitze da wirklich beglückt, äh, in den letzten 10, 15 Minuten. Da habe ich wirklich das Gefühl, äh, ich gibt nichts, was so ist wie das. Nichts. Also das ist sehr einzigartig. Und, äh, ich hätte große Lust, wenn, wenn, du da auch Bock drauf hast, äh, da sozusagen mal ein paar Ohrfeigen für die manchmal wirklich stümperhaften Versuche, das nachzuempfinden von anderen Filmemachern. Also da würde ich gerne mal so ein bisschen austeilen, weil mir ist das sehr aufgefallen. Also als ich nochmal in voller Leinwandwucht, äh, dieses, äh, diese Reise nach innen, so würde ich sie bezeichnen. Also wenn sozusagen der, ja, das habe ich mir auch nur so, das fand ich immer irgendwie ganz griffig, als ich mal gelesen habe, äh, dass der Astronaut sozusagen in den Monolithen hinein fliegt, ja. Was immer das nun ist, ähm, das, was sozusagen ein Film von Derwin Aronofsky wie The Fountain oder was, äh, Interstellar von Christopher Nolan, ähm, oder einen hatte ich noch, an den ich manchmal denken muss, äh, ach ja, wobei, das ist, das, der fällt ja nochmal ein bisschen in eine andere Kategorie. Jetzt dachte ich noch ein bisschen an, ähm, Gravity. Aber jetzt mal vielleicht bei Interstellar und The Fountain geblieben, die beide sozusagen ähnliche Höhepunktmomente fabrizieren, so, äh, ist das halt richtig süß, wie das nicht mal, nicht mal in die Nähe kommt, weil beide Filme sehr hart dran geknüpft sind, dass ich als Zuschauer mit der Hauptfigur mitfühlend, also ich, das ist sozusagen auch, äh, darauf zugespitzt, dass das auch der, äh, also zur Figur, zur, zur persönlichen Entwicklung passt. Aber dieser Astronaut bleibt ein, ein Archetyp eines Menschen, so, also das ist, also ich weiß ja kaum was über den, also, also viel zu wenig, als dass ich jetzt, äh, persönlich berührt bin. Ich bin aber, ja, auch viel mehr in so einer Welt von ich selbst bin auf der Reise, also ich finde das, ich finde wirklich, also es ist einer der teuersten, aufregendsten Experimentalfilme, die jemals in englischer Sprache gedreht worden sind, oder? Also es ist doch wirklich krass, also in diesem Aufwand und mit dieser, äh, Ambivalenz und Offenheit, äh, bis zum Schluss, ich wüsste nichts. Also. Also bei der Fonten kann ich zumindest nicht, äh, mit einstellen, den habe ich noch nicht gesehen, aber bei Interstellar habe ich halt auch so. Der sieht ja ganz genau. Also zumindest, den habe ich auch nicht im Kino gesehen, deswegen minimal zurückkommen. Also ich denke mal, dieses, der Überwältigungsteil ist auf jeden Fall mit vorhanden, aber er funktioniert natürlich völlig anders. Also einerseits scheint er inspiriert zu sein, logischerweise, weil. Ja, also das darf man glaube ich nicht wirklich behaupten. Also, das geht nicht. Jeder, mindestens, der irgendwie dann war ein Hollywoodfilm dreht, der muss den ja mal gesehen haben und, oder selbst wenn nicht, man hat ihn halt irgendwie, durch irgendwelche anderen Sachen schon gesehen. Ähm, und jetzt aber, wie du eben zum Beispiel sagst, deutlich mehr natürlich auf die Personalien. Also das ist eben eigentlich mehr ein Drama, wo aus Versehen noch so ein paar Planeten und Traumschiffe und sowas vorkommen, wenn 2001 halt eher so ist, so. Du, ich habe da mal eine Frage und, äh, dazu habe ich noch ein bisschen Musik und Bilder mitgebracht. Ja, ja, genau. Ich meine, und ich habe mir richtig ein paar Jahre Zeit gelassen und mir wirklich was überlegt und, äh, und bis die Einstellung, die ihr jetzt seht, so ist, wie sie ist, äh, ist wirklich viel Zeit und Schweiß, äh, reingeflossen. Ähm. Meintest du auch auf der, auf der Linse dann gelandet von dem Schweiß? Ja, ja. Achso, wie, was meinst du genau? Also, wenn zum Beispiel in der, äh, Anfangssequenz eben mit den Affen, da hast du halt die, die eine Scheibe, da siehst du oben in den Ecken, das sieht immer so aus, wie das jetzt die Leinwand klar verschmutzt, aber da scheint noch irgendwie so die, äh, so ein bisschen Sand oder Sandkörtchen so auf der, auf der irgendeiner Scheibe zu sein von dieser Frontprojektion oder so. Ja, ja. Sehr spannend. Was ja, was ja eh eine unglaublich abgefahrene Technik ist. Also, ich meine, davon ist der Film ja wirklich auch voll. Das ist, also, es, ich mag natürlich sehr, dass, äh, du kannst ja manchmal Filme aus den 90ern, die aus dem Science-Fiction-Genre stammen und mit den ersten CGI-Sachen experimentiert haben, kannst du heute manchmal ja nicht mehr gucken, ohne jene Menge unfreiwillige Lacher. Das, was sich 2001 sozusagen in der Kamera zurechtgeschraubt hat, ist über weite Strecken bis heute extrem überzeugend oder mindestens sympathisch genug. Also, aber es hat nie dieses Gefühl von, oh, das geht jetzt gar nicht so, das ist jetzt irgendwie peinlich oder so, ne, also, 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 und das gibt's ja wirklich manchmal. Also, wenn so ein, also, bei Gadakka bin ich neulich richtig erstaunt von Gadakka, diesem Science-Fiction-Film mit Jude Law und, ja, ja, Humor-Fermon, genau. Das, 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 das kann ich gar nicht glauben, als ich diese Effekte von der Rakete zum Schluss sehe. Es war so, äh, oh Gott. Also, naja, das geht dann, also, das, das, ja. Ja, und also, damit hat 2001 überhaupt gar keine Probleme und es gibt ja, genau, zum Beispiel dieser Stelle, naja, es gibt zig Stellen, die wirklich extrem, also, die, also, wo ich nicht drüber nachdenke, wie ist das jetzt gerade gemacht, sondern ich bin voll drin in dem Moment. Also, gerade, weil es manchmal so herrlich einfach ist, wie eben dieser Lichttunnel. Einfach gerade durch. Ja, ich glaube, was, was halt für mich so ganz doll ausmacht, dass das funktioniert, ist eben diese glaubwürdige Welt. Ja. Also, eben dieses, äh, ich stehe jetzt noch so, halt, ein bisschen da im Eindruck ein paar andere Podcasts, deswegen. Ja, nur weil ich die nicht höre, musst du ganz höre. Die dann eben sagen, ja, naja, die Tablets gibt's halt und Bildtelefonie und. Auch Hochkant fand ich hochinteressant, dass das so präsent ist. Viel Hochkant-Video. Oder eben die, 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 die Ankunft da, mit dem gehen sie zu Nummer 17 und weisen sie sich aus, so ungefähr, ja, ne, irgendwie gibt's das heute aber auch, ne. Und natürlich ist das ein Hilton-Hotel da, diese Space Station und Pan Am und IBM sind halt die großen Konzerne, die da sind und sowas. Also, dafür lohnt sich der übrigens wirklich jederzeit, entweder auf großer Leinwand oder wirklich dicht an den Fernseher ranzukriechen. Ich weiß, dass ich das damals mit meiner ersten DVD auch so gemacht habe. Da bin ich wirklich gerne rangekrochen und versuchte schon die ersten Anleitungen von Gravity-Toiletten. Einen ähnlichen, ja, sozusagen zu lesen. Wenn man da mal an der richtigen Stelle Pause drückt, kann man da tatsächlich ein paar Infos erhaschen. Ist übrigens mittlerweile so ein Moment, wo ich dann gedacht habe, ich find's in der Szene an sich lustig, wie er sich dann so hinstellt und auch so die, 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 die Hand so. Ja, 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 ja. Aber es ist doch jetzt auch nicht seine erste Reise, oder? Also, der wirkt jetzt schon so wie, als wäre er schon ein paar Mal geflogen, oder? Ich hab wirklich das Gefühl, da gab es kurz diesen Moment, der Gag ist einfach so eine sichere Nummer, den machen wir jetzt einfach. Also, ich, ja, du hast schon recht, der macht alles andere als den Eindruck, zum ersten Mal mit sowas unterwegs zu sein. Also, auch das so, wo ich so immer wieder drüber nachdenke, eigentlich so, naja, es ist irgendwie manchmal schon so ein Trockner-Film, halt, der sich Zeit nimmt für eben diese Momente, die heute nicht mehr unbedingt so überwältigend wirken, weil man hat halt jetzt mittlerweile x-tausend Raumschiffe gesehen und lande, und dann geht diese Landung wieder zwei, drei Minuten oder so, und das ist schon geil gemacht, aber teilweise ist auch bei mir so dieser Gedanke, ja, er wird jetzt wahrscheinlich landen, und, oder doch, eigentlich diese Einstellung wieder, und was sie hier wieder zusammengebastelt haben, ist schon, also, muss ich mich mal finden, und ich wollte eigentlich sagen, also, das, das sieht ein bisschen, hm, der Gag, naja, aber das ist auf jeden Fall, äh, trotzdem, achso, genau, das, äh, trotzdem halt so ein, ein schöner Humor manchmal noch drin, das ich manchmal immer gar, oder ich den gar nicht erwarte. Nee, wirklich nicht, genau. Und dann aber auch, der immer ziemlich gut passt, so, also, auch wenn die hier dann tatsächlich zu diesem, zu der Fundstelle auf dem Mond fliegen, und dann mit den Sandwiches, da sind auch nochmal so ein, zwei. Ja, das ist großartig. Und gerade diese Szene, wenn ich, ist so, ja, genau, ne, lass mal essen und trinken, und nebenbei übrigens bringen wir dem Zuschauer, hier nochmal, also, eine sehr schön geschriebene Expositionsszene einfach, so dieses, ja, was ist denn das nun eigentlich, aber wir wissen es auch nicht, wir haben keine Ahnung, aber es ist da halt so. Zack, das noch mit vermittelt nebenbei, eben mit, achso, wieder eine Essensszene, wie wird diesmal gegessen, und was wird gegessen, also, eben bei den, in der Vorzeit hast du halt, die essen erst Pflanzen, dann kriegen sie halt mit, ach, wir können auch Waffen verwenden, und damit, äh, Fleisch essen, dann haben wir halt hier dieses, diese Tetra-Pack-Dinger, die auch eher so Früchte darstellen, dann die, äh, diese Sandwiches, dann nachher bei der Jupiter-Mission eben, ähm, auch wieder so, ja, schnell erhitzte Partikel in irgendeiner Farbe, also dieses, ne, wie, dieses Thema Ernährung wird immer wieder aufgegriffen, das, das Schlafen ist immer wieder zentrales Thema, sowohl eben die, im, äh, Kälteschlaf, im, dann halt dieses typische, naja, ist halt eine lange Fahrt, was soll ich machen, Schlaf halt, so. Ist auch so ein bisschen, finde ich, irgendwie Klischee-Rollenbilder, ne, der Mann, der vom Fernseher einschläft, die Frau, die halt aufräumt, den Stift wieder zurücksteckt und so, und der schläft ja immer wieder ein, ne, also diese, diese Bewältigung. Vielleicht auch das ja, ein, ein kleiner spöttischer Kommentar auf den Film selbst. Ja, du, im britischen Studio haben die einfach die 68er-Revolution verpennt, das haben die nicht gemerkt. Da waren die ja auch schon länger fertig, glaube ich, das, da dürfte ja auch ein Weilchen in der Postproduktion gesteckt haben, der Film. Du, ähm, ich finde, also das, das war der Punkt, weswegen ich an Gravity denken muss und das lässt Gravity ja eher ganz gut dastehen, weil er, glaube ich, ganz gut in dieser Tradition funktioniert, äh, das, äh, also, um jetzt nicht weiter noch über den, den Film, äh, von Quarons sprechen zu müssen, also 2001 ist wirklich bemerkenswert, authentisch fühlt er sich an, also, ich könnte jetzt noch ewig bestaunen, dass der ja auch ständig Dinge zeigt, zu denen man sich damals nur wirklich auch noch so gar kein Bild machen konnte, also wie jetzt weiterhin fährende Planeten wirklich ausgesehen haben. Ja, das ist immer noch vor dem Mond. Ja, ja, also völlig unglaublich eigentlich, ne, also, also auch, genau, also, alles, was da so gezeigt wird und, äh, dass das, äh, also, ich finde da wirklich bis ins kleinste Detail, also, ich bin, hab dann wirklich ja durch die erste Reihe heute, äh, gestern so richtig gern noch mal ganz genau hingeguckt, also selbst in diesem, äh, diesem Sitzungsraum, in dem, ähm, kurz am Anfang so diese Rede gehalten wird, kurz bevor sie dann tatsächlich die Monolithen auf dem Mond besichtigen, ähm, ähm, also, äh, also aus was die gemacht sind, was für ein Leder das ist, wie da auch so eine kleine elektronische Einheit, äh, eingelassen ist und, also, ich hab das Gefühl, also, manchmal gibt's ja schon so dieses Science-Fiction so, also vielleicht so diese Blade Runner-Idee, ich nehme das, was schon da ist und, 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 und dreh an der Schraube, mach's noch ein bisschen schmutzig so, nee, nee, das ist alles noch ganz schön neu und shiny und sieht wirklich komplett durchdesignt aus, also das wird denn wirklich, naja, also viele, also hätte sich jetzt Apple irgendwie ausgedacht, sie müssten Raumstationen oder, oder solche, äh, Räume designen oder so, die würden so ähnlich aussehen, ich bin da wirklich sehr beeindruckt, wie viel, äh, Aufwand betrieben worden ist und dass das so in sich so schlüssig ist, also wie, ähm, ja, also du hast ja schon gesagt, also wie da eben ganz selbstverständlich auch, äh, nebenbei gezeigt wird, dass das auch also eine, wie soll ich sagen, also hier gibt's schon längst eine Reiseroutine, so in den, im Weltraum, ja, die sozusagen, und natürlich gibt's da die Videotelefonie und all diese Dinge. Also das Einzige, was denen sozusagen, also was jetzt quasi fehlt zu unserer Gegenwart, ist, dass die Leute dort nicht mit Smartphones oder ähnlichen Dingen an, an sie am Körper herumlaufen, so, ne, sondern, dass das noch sehr auf, ich muss ans richtige Terminal geht. Ja, weil die da oben ist wahrscheinlich noch nicht das Netz so ausgebaut dann. Ja, 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 genau. Ja, aber das Ding ist, ähm, es gibt da so manchmal richtig dokumentarische Beobachtungen, also alles, was du auch gerade aufgezählt hast, das sehen wir ja wirklich so in der Ausführlichkeit, als hätte jemand eine hochästhetische Dokumentation über den Alltag im Weltraum, äh, der Menschen sozusagen, ne, gemacht. Und, äh, also das bedeutet ja auch, dass wir eben da, wo andere Filme jetzt Figuren weiterentwickeln oder so, wird eigentlich eine Welt erzählt. Und das mit großer, äh, Natürlichkeit und einer, also einer hohen Konzentration. Also es gibt eben, äh, ich weiß auch nicht, wie ich das sagen, also irgendwie so zu jedem Ort gibt es eben drei, vier Blickwinkel. Und das sind wirklich die Blickwinkel. Also ich bin wirklich zum Beispiel wahnsinnig beeindruckt gewesen, wenn die zu diesen Monolithen auf dem Mond gehen, ne. Also, äh, wie das aussieht, dieser, dieser graue Felsen, in denen dieses Loch hineingeschlagen ist, mit diesen orangenen Gerüsten, die da so reingebaut sind. Und dann gehen die dann mit ihren silbernen, äh, ähm, Anzügen, ne, gehen da so runter. Und das ist dann auch... Weil bevor sie runtergehen, einmal auch diese, diese Manischfot, so wie sie alle sechs dastehen, so einmal, ne. Wo ich auch so denke, ja, jetzt kommt gleich die Fanfare oder so, die meisterhafte Musik und sie gehen los oder so. Aber das ist das einfach stark wirkt. Ne, mit dieser Irritation, dass wir in, in, in so einer, weiß ich gar nicht, da sind, genau, da haben wir, glaube ich, nur den Score, ne. Wir haben so gut wie, also wir nehmen ja kaum Geräusche wahr. Das ist, glaube ich, dieser, 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 dieser Core setzt da ein und wenn da halt, ganz menschtypisch, werden halt Fotos gemacht. Ja. Und dann, und dann, und dann sagt der Monolith, heisst euch. Als würde es hier um euch gehen, ihr kleinen, unwürdigen Wichte. Ja, schön. Auch, dass das eben wieder so ein komplett gebautes Set ist, einfach. Ja, ja, das ist wirklich, also das ist extrem spektakulär, also sozusagen ja einfach, ne, ich will jetzt gar nicht rumlabern, also. Ich hatte da auch nur kurz gelingen, wie es eben, wenn, dass das eben in einem bestimmten Winkel fotografiert ist, damit das halt mit dem Hintergrund passt und so, weil es ja schon wird. Das passt wirklich, also es ist wirklich toll, das anzuschauen und, also es macht oft, also mir hat es wirklich großen Spaß gemacht, durch das dichte Sitzen immer wieder so dieses links, rechts schauen, so, ne. Weil es wirklich so, also, weil eh Kubrick ja diese Zentralperspektive so liebt, guckt man quasi in der Mitte schon eh immer am besten und kann sich sozusagen dann rundherum noch satt sehen, wenn man das möchte. Also, einer meiner Lieblingsshots, was das angeht, ist ja, wenn noch davor die, ähm, die, die Raumsonne das erste Mal auf dem Mond landet und sie dann in diesen rot leuchtenden Zwischenraum reingenommen wird und überall diese ganzen Fenster sind, in denen allen so lauter kleine Mini-Projektionen lauter Menschen zeigen, so ist schon sehr faszinierend. Wie, wie sehr, also wie hoch, auf was für einem hohen technischen Niveau, weil normalerweise hast du ja immer dieses, ja jetzt, eventuell verschiebt sich die Kamera und dadurch wackeln die Menschen und man sieht eben total, dass das nur reinkopiert ist oder so, aber hier, das funktioniert. Ja. Also, das ist, also, interessanterweise war, also, diese digitale Kopie, die wir jetzt gesehen haben, hatte da einen etwas unruhigen Bildstand, die das ein bisschen verraten hat. Ich kenne das selber von meiner Gesundheit, äh, von meiner DVD, äh, ein bisschen anders. Ähm, kannst du eigentlich dazu mal kurz, wir können da mal kurz den Schlenker machen. Was haben wir, was hast du dann im Livo gerade vorliegen als Kopie? Was sieht man denn da? 2K-DCP. Ah ja, DZ. Oder 2 DCPs, weil. Das ist ja Frevel angesichts. Bis inklusive Intermission und dann eben K2. Also, weil es tatsächlich so ist, dass ich mich an zwei, drei Stellen gewundert habe, also, es wirkt so ein bisschen poliert und, 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 und entfilmt so, äh, also, schon total schön, aber, also, da, wenn, 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 wenn man wollte, könnte man aus den 70 Millimetern noch ganz andere Sachen rausholen. Das ist schon. Äh, ich weiß nur, dass, äh, unsere angefragten Termine mussten erst vom Verleiher bei der Kubrick, äh, Nachlassverwaltung in England, äh, sich bestätigt lassen werden. Tatsächlich, ja. Die auch nachgefragt hätten, warum denn so oft gezeigt wird. Äh, das war, da waren sie irgendwie verwundet. Ja. Fragt die, fragt Jan Haaland von der Kubrick Foundation, oder was? Keine Ahnung, wer, wer da der Kontakt ist, aber bei den Kubrick Filmes müssen die anscheinend immer sich nochmal das Okay holen da. Ja. Fand ich auch lustig. Ja, mir, ich meine, ich weiß auch nicht, also, mir scheint das ja fast schon, kannst du, vielleicht kannst du es ja besser sagen, also, du kennst ja vielleicht ein bisschen mittlerweile in der deutschen Kino-Betreiberlandschaft etwas mehr aus, durch die eine oder andere Begegnung. Ähm, ich finde das ja total sympathisch, dass der quasi, wie als würde der für eine Woche im Programmkino laufen, ne, also, dass der einfach mehrere Termine hat, auch mehrere Fassungen. Äh, ist das ungewöhnlich? Gibt's uns oft immer nur die eine Vorstellung vom Klassiker? Glaub ich schon, ja. Ah ja, interessant. Also, ja, doch, weiß ich halt, ich will halt auf jeden Fall, wenn es eben kein deutscher Film ist, will ich natürlich original und synchronisiert jeweils anbieten, dadurch bist du schon mal bei zwei. Aber lass dir natürlich dann auch, gerade jetzt bei größeren Ketten oder so, natürlich einfacher vermarkten, du sagst halt, der eine Termin ist es, Punkt. Also, wenn du sagst, so, ab diesem haben wir jetzt so vier, fünf Termine, vermittel das mal den Leuten. Ach, jetzt will ich es einfach wissen und den einen Schlenker noch, dann gehen wir wieder zurück zu 2001 konkret. Wie lief denn das bei der deutschen Fassung von Wer die Nachtigall stört? Also, gab's da dann auch genauso Zuschauer wie bei der Originalfassung oder? Ja, also, ähm, die beiden Spätvorstellungen waren, oder, es war ja erst ein Dienstagsabend, die OV, die halt ziemlich gut gefüllt war, dann waren die beiden Spätvorstellungen recht übersichtlich, aber der Sonntagnachmittag, die deutsche Fassung war dann auch nochmal gut gefüllt. Ja, sehr schön, sehr schön. Ich finde, das hat ja auch total seine Berechtigung. Also, das ist zum Beispiel so ein Abstrich, den ich gegenüber anderen Menschen, also, das stört mich wenig. Also, ich möchte es gerne verhindern, dass ich das sehen muss. Ich mag es nicht gerne sehen, ich finde es seltsam. Und gleichzeitig weiß ich, dass in der Regel das Niveau ziemlich hoch ist von den Synchronisationen, gerade bei den Klassikern. Ja, bei Kubrick, der ja selbst immer noch Wert drauf gelegt hat. Tatsächlich auch bei der Synchronisation auch, ja. Naja, das ging doch bis eben mit Shining hier, wo der Texte genommen getippt ist und Wolfgang Staute da das eben machen musste. Also, der hat die tatsächlich ausgewählt, sozusagen, die Regisseure zumindest, meines Wissens. Aber das kann ich mir auch gut vorstellen. Oder passt in mein gedachtes Bild von ihm, so, wie kontrolliert, Freak ever. Aber, äh, andere Mini-Anekdote noch dazu. Also, man hätte den auch als Omo zeigen können. Das hatte ich aber irgendwie, ich habe den einfach nur so aufgeschrieben, die gibt es nur Deutsch oder Omo, weiß ich nicht. Und dann meinte halt die Chefin noch so, ja, es gibt auch eine Omo-Spur hier. Achso, ja, aber das, nee, das lenkt zu sehr ab. Fünktisch. Für mich ist das wirklich sehr leicht zu sagen. Also, die, die, die überschaubaren Sätze, die da sind, kein Problem. Plus, das ist ja wirklich, ist ja wirklich sehr angenehmes Englisch so. Also, gerade hell so ist ja, also, ich habe so das Gefühl, hell sollte man schon jedes einzelne Wort verstehen. Da steckt eine große Kunst und ein wunderbar feiner, böser Witz drin in fast jedem Satz. Das lohnt sich, das wirklich genau zu verstehen so. Und ansonsten, ja, bitte nicht ablenken. Ja, kann ich gut verstehen. Ist auch interessant, dass immer wieder Geburtstagjahre gefeiert werden. Also, dass eben Floyd, der halt seine Tochter anruft, Geburtstag, und dann auf der Jupiter-Mission ja auch wieder Geburtstagübertragung ist. Ja, ich meine, es ist ja schon auch noch eine ziemlich männlich dominierte Welt, so macht das den Eindruck. Also, es gibt da, da tauchen zwar Frauen auch auf und haben scheinbar auch in irgendeiner Form Verantwortung, aber so letztlich, habe ich immer das Gefühl, sind wir da so unter Männern. Und ich finde, also, ich finde es auch ein bisschen, also, hat ja wirklich Gründe, dass wir nicht so auf der emotionalen Schiene bei den Figuren sind. Unter anderem, weil die ja fast schon ein bisschen apathisch so in ihr, also, sich selbst im Fernsehbeitrag oder der eine eben seine Eltern so anschaut. Das ist ja auch alles entkoppelt und surreal. Das ist eigentlich ein sehr interessanter Punkt, fällt mir gerade ein, oder? Ich halte das jetzt einfach für einen interessanten Punkt. Dafür, dass wir so in der Männerwelt sind, haben wir am Ende ein Baby. Ja, ja. Wo ist denn eigentlich die Mutter? Ja, so stellen Männer sich das vor. So hat es dann die Kubik-Serie das vorgestellt. Ein paar harte Männer, die sich schon mal in so einen Monolithen reinbewegen und dann klappt das schon mit dem nächsten Schritt in der Evolution, da kommen die Babys dann einfach auf die Erde geflogen. Warum keine Frauen mehr? Ja, weiß ich auch nicht. Ist ein bisschen komisch. Also, was das auch soll. Ich finde, es hat so einen, ich, ich, ich habe das Bedürfnis nicht. Also, kennst du 2010? Nee, habe ich auch nie tatsächlich dieses extreme Bedürfnis verspürt gehabt. Ja, das macht, also, das hilft auch wirklich nicht weiter, weil. Der schließt, glaube ich, so einigermaßen direkt dran an. Der schließt direkt dran an und buchstabiert alles aus, was man sich jemals dazu, glaube ich, hätte ausdenken können. Ich weiß das ja übrigens auch nicht, wie das bei der Arthur-Clark-Geschichte ist, der ja auch quasi, glaube ich, auch 2001 und 2010 auch als Bücher erst geschrieben hat. Nee, nee, es gab das, also bei 2001 gab es so ziemlich das, oder es gab das Drehbuch und aus dem Drehbuch haben sich die eine Richtung der Film und in den anderen der Roman entwickelt. Also, es ist nicht Film nach dem Buch oder so, sondern es gibt schon so einen Sonderfall quasi. Also, was ich jetzt nicht weiß, ist, wie viel Lust jetzt Arthur-Clark schon auch immer hatte, das alles konkret zu erklären. Also, das ist ja wirklich eine wichtige, also, ich finde auch, dass dem Film das wirklich sehr gut gelingt. Also, dass ich, ich gehe nicht frustriert raus, ich habe das sehr genossen, wie, als die Leinwand schwarz wurde und die, 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 na, die, die Blue Donau, wie heißt der auf Deutsch? Blaue Donau. Die Blaue Donau, genau. Die schönen, anderschönen, blauen Donau, genau. Nee, andere. Anderblauen Donau. Anderblauen Donau. Na, jedenfalls, als das so kommt, ist das total toll, wie im Saal getuschelt oder auch richtig dann geredet noch ein bisschen diskutiert wird. Also, lädt total ein, also, zum, zum, zum Reden. Und ich finde nicht, dass das was Frustrierendes hat, so, also, außer Menschen, die, ja, aus guten Gründen gerne alles gern erklärt haben wollen, die werden dann da natürlich unglücklich rausgehen. Aber ich da zum Beispiel über weite Strecken des Films eigentlich auch nicht sicher bin, weil ich manchmal schon so gedacht habe beim Wiedergucken, ja doch, das sagt er jetzt eigentlich schon ziemlich direkt hier, ja, ne, die wissen das halt nicht und der sendet halt Strahlen aus. Und, also, wenn man, also jetzt mal ganz hart gesprochen, eigentlich nur dieser letzte Ende, nachdem Hell abgeschaltet wird und die Videonachricht von Floyd noch ist hier, es bleibt ein großes Mystery. Aber darum geht es. Mystery als letzter Begriff. Und dann kommt eben der Teil, wo ich auch sagen würde, jetzt muss sich jeder selbst überlegen, was er damit anfängt. Aber bis dahin ist das alles auch im Film durchaus erklärt. Ne, wir haben irgendwie ein Geheimnis, was ist diese Epidemie und ach, da ist schon wieder unser schwarzer Freund, ah ja, der steht da wieder so rum. Und jetzt macht er auch noch irgendwelche Pieptöne. Ja. Ja, du, ich meine, wichtig ist ja so zum Ende einfach für mich, es gibt etwas Nächstes so. Also sollte es seinen Kontakt mit einer außerirdischen Intelligenz geben so, dann ist erstmal nichts wie vorher. Also das ist so, das steckt da für mich drinne. Und am Ende sind wir dann doch natürlich wieder bei uns selbst so. Also das nächste Kind ist dann, ja. Also ich mag diese ganzen Ideen von die Evolutionsschritte, so der Monolith als sozusagen, ja, als Sprungbrett in nächste Entwicklungsschritte hinein. Aber ist es eine Entwicklung, wo du sagst, naja, es ist halt gut, dass die gemacht wird. Oder ist es eine Entwicklung, wo du eigentlich sagst, ja, Moment mal, wenn ich mir diese Anfangsbilder so angucke, da haben die halt zusammen mit den Tieren gelebt. Haben halt sich nur mit dem zufrieden gegeben, was halt diese kahle Flecken Erde ihnen geboten hat. Und jetzt kommt halt die nächste Stufe in Anführungszeichen und da schlagen sie sich gegenseitig tot und schlagen alle anderen tot und reisen überall hin und nehmen alles in Besitzanspruch und so. Ist das überhaupt eine positive Entwicklung, die da gezeigt wird? Ja, ich finde, also dafür ist ja dieser Anfang mit den Affen für mich da, sodass das alles andere als positiv und optimistisch darauf schaut. Das Spannende ist ja, dass sozusagen nach dem Schnitt vom Knochen zum Raumschiff wir ja in einer interessant krieglosen Welt sind. Und das ist ja auch ein bisschen bemerkenswert. Also ich habe das zum ersten Mal jetzt auf der Kinoleinwand gesehen, dass das Raumschiff, das man als zweites sieht nach diesem Umschnitt in den Raum, dass da sogar eine kleine deutsche Flagge auf dem einen Raumschiff drauf ist. Da dachte ich so, ach, das ist ja geil. Vorher nie gesehen. Also, aber mindestens bemerken wir, dass da so die ein oder andere Nation so ganz selbstverständlich miteinander ist. Und gleichzeitig ist ja aber auch schon so unterschwellig dieses Ding drin von, ja, aber da gibt es jetzt ein Geheimnis und das wird nicht weitererzählt. Und das erzählt er seinen russischen Freunden jetzt auch nicht. Und also vielleicht sowas wie, ja, wir haben das irgendwie ganz gut hingekriegt. Gerade so im Schritt nach draußen, jenseits des Planeten Erde, haben wir nochmal gemerkt, was wir auch gemeinsam gut machen können. Und jetzt aber doch wieder die Herausforderung, wirklich transparent zu sein und sich alles zu erzählen. Da ist man sich dann doch nicht so sicher. Dann merkt man, vertraut man sich vielleicht noch nicht so richtig. Das ist ja nur so ganz am Rand. Aber das sind ja so diese Momente ganz am Anfang, also am, naja, in der Mitte, wie auch immer. Aber es ist auch wirklich ein schöner Film mit all diesen verschiedenen, wie soll ich das sagen? Das sind so, es sind ja eigentlich, es sind ja schon mehrere Filme in einem eigentlich. Und ich finde ja so, es gibt diesen Film, der bis heute super auf den Punkt bringt, welche wunderbar schöne Katastrophe wir Menschen uns mit der künstlichen Intelligenz einhandeln. Der ist genauso da wie der Film über den, was wäre, wenn wir im Weltraum uns ganz alltäglich bewegen würden und wir würden etwas entdecken, das jenseits von allem ist, was wir uns je vorgestellt haben. Wie gehen wir dann miteinander um? Das ist da auch. Das ist auch noch eine Frage, die ich mir gestellt habe. Wie mögen diese Waschmaschinen an Bord des Raumschiffs aussehen? Weil er läuft ja da und macht seine Sportübungen und wenn er da nicht schwitzt und diese Sachen keine Wäsche brauchen, dann haben die es wirklich weit gebracht. Und du hast das jetzt schon genau untersucht, du hast einfach die Waschmaschine nicht gefunden? Ja genau, ich frage mich, also mein Gedanke war, der trägt diese Wäsche und die wird halt stinken, wenn er da so umherläuft und schwitzt vom Sport. Und dann muss er sowieso sich irgendwie, da wird es wahrscheinlich irgendeine Vorrichtung geben und muss ja auch irgendeine Art Waschmaschine geben. Im Ende sind die jetzt schon anderthalb Jahre unterwegs, oder nee, anderthalb Jahre nicht, aber die sind ja, was war das, eine halbe Milliarde Kilometer sind die schon unterwegs zum Jupiter. Das ist ja nun keine Zweitagesreise. Nee, nee, ganz und gar nicht. Und ich habe auch überlegt, einerseits die Amerikaner versuchen das so unter Verschluss zu halten, aber bei der Mission, die Fernsehstation, ist dann wieder die BBC, also die Briten eigentlich. Aber andererseits bleibt ja das offizielle, die offizielle Mission dieser Reise ist ja auch irgendwie so geheim, also das wissen die eigentlich auch gar nicht genau. Ja, das ist eigentlich spannend, das ist mir ja auch irgendwie dann erst nochmal wieder so richtig klar, als das da aufflackert, während hell abgeschaltet wird, dass die Astronauten das sowas von gar nicht gewusst haben, was ja gerade Phase ist. Also das wird ja immer wieder angedeutet mit, naja, und jetzt sind die schon gleich von Anfang an, die ganzen Wissenschaftler im Tiefschlaf so, das ist dann verständlich, dass die gar nicht erst in die Versuchung kommen, zu erzählen, weswegen die überhaupt dabei sind. Ja, ich meine, du, ich meine, ich schaue ja auch oft nicht, was die da oben alles, was machen die denn da für 100 Experimente am Tag auf der internationalen Raumstation? Ja, also das ist auf jeden Fall, also für eine Welt, in der es das noch alles gar nicht gegeben hat, so wie wir ja heute selbstverständlich über eine internationale Raumstation sprechen, hat das nochmal eine besondere, ja, das ist einfach nochmal, ja, also ich finde, das wäre vielleicht das, also ich möchte ja auch nicht erklärt bekommen, das muss ich besonders finden, weil so, aber irgendwie fällt einem das auf. Man merkt das schon, dass das ein Film von 1968 ist und mit welcher Selbstverständlichkeit, der eine Welt aufzeigt, die nun nicht im Jahr 2001 eingetreten ist, in der wir im Jahr 2017 aber schon an manchen Punkten da sind und manche durchaus, ja, nachvollziehbarerweise vielleicht in 100 Jahren auch genauso da sind. Also das wäre natürlich sowieso der Oberhammer gewesen, wirklich 2001, dass es genau so eingetreten wäre, dann hätten alle wahrscheinlich noch gesagt, wie kriegen wir den Kubrick wieder, wenn die, aber es ist natürlich schon, diese Entwicklung und manches, wo man denkt, naja, konnte man das wirklich? so vorhersehen und dann auch diese ganzen Bildschirme, also auch das ja, so wie, wie Floyd eben, Heywood, Floyd eben schläft auf den Reisen, wie dann die Pan Am-Mädels auch nicht rausgucken, sondern, ja, wie guckst du, irgendeine Sportkämpfer, also, wenn sie sich hier parate oder was auch immer das da eben ist oder ringen. Na, für mich sah das aus wie Frauen-Sumo-Ringen, das fand ich hochinteressant, was sich die junge Dame da angeschaut hat, also habe ich öfter mal wirklich herzhaft gelacht, weil es gab so wirklich viele von solchen humorvollen Momente. Und wenn er da eben, sein erster Flug, da läuft glaube ich irgendeine Werbung, was die dann da abstellt. Ja, ja, für irgendein neues, cooles Auto, das über der Erde schwebt oder so. Also das ist auch da schon diese, diese Abhängigkeit vom Bildschirm, von den bewegten Bildern. Ja, und die sind auch 16 zu 9. Oder eben hochkam, da eben 9 zu 16. Ja, und beides hat so total seine, also hat sozusagen wirklich sein Gegenstück in unserer Gegenwart längst bekommen. Ja, also genau, das heißt, ein, also insofern visionärer Film und wie soll ich sagen, naja, also wirklich genau, also du hast es am Anfang auch so gemeint, ne, also genau, kein, kein Film im Sinne von, wir erzählen jetzt, äh, wie ich erzähle dir die Geschichte von Käpt'n so und so, ne, sondern nein, ich, 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 was wäre, wenn, und die Welt würde so und so aussehen. Und es ist wirklich, also ich finde das wirklich eine, eine besondere Art, äh, einen, einen Film aufzugreifen. Ja, ich glaube, die, die Herausforderung für viele, äh, Leute, die das gucken, besteht eben darin, dass du eben nicht immer konkret diesen Verknüpfung hast, das ist deine Figur, mit der läufst du jetzt die nächsten zweieinhalb Stunden rum. Du könntest ja, du könntest ja zum Beispiel auch sagen, naja, das ist vielleicht auch die Geschichte von dem Monolithen, das ist immerhin der, der in allen, äh, äh, Abschnitten auftaucht, immer wieder. Ja, ne, der ist immer dabei, außer, ja, doch, bei der Hypothemission am Ende ist er auch wieder da, also ist er vielleicht der Hauptdarsteller, und dass man dann eben auch, oder ich kann deswegen auch nachvollziehen, wenn Leute eben sagen, naja, ne, das, ich komm da irgendwie nicht ran oder so, weil irgendwie diese emotionale Bindung zu den Figuren nicht hinhaut oder nicht entsteht. Ich überlege halt vielleicht am ehesten, was mir jetzt nur so als populäreres einfällt, ist mit Psycho, wo dann eben auch halbe Stunde rum, ja, Hauptdarstellerin weg, okay, ja, jetzt muss ich mich jetzt mal wieder neu orientieren. Könnte man natürlich sagen, okay, das ist vielleicht durch das Genre, was ausgespielt wird, nochmal eine andere Sache oder so, denn davon ausgehe, dass Leute sterben. Ja, aber hier musst du eben, ja, würde ich sagen, das verlangt einem dann auch ab, musst dich darauf einlassen, und wenn du dich nicht darauf einlässt, wird es natürlich ein bisschen schwerer. Das hab ich halt auch manchmal, wie gesagt, denk auch manchmal so bei den Landevorgängen, einerseits beeindruckend, andererseits so, ja, also wenn der dann tatsächlich auf den Boden ankommt, die sind auf der Plattform gelandet und dann denkst du, okay, so, jetzt, ach nee, jetzt kommt noch dieser, wird dann noch so runtergelassen in diesen roten Unterbau und die so, das sieht auch wieder geil aus. Mensch, wie lange hat das jetzt schon wieder gedauert? Also genau, andersrum, die Frage, ist das für dich Musik mit Bildern oder sind das für dich Bilder, wo auch noch enorm hochwertige Musik zu hören ist? Um Gottes Willen, nein, also ich kann, also für mich ist das, also, wie soll ich das sagen? Also ich denke nicht über sowas, also ich finde das, also für mich wird es dem überhaupt nicht gerecht zu sagen, das sind jetzt irgendwie schöne Bilder mit schöner Musik, ne? Also es ist so ein bisschen, also daher kam, glaube ich, dieser Gedanke mit dem Dokumentarfilm. Es ist hochkonzentriert, beobachtet, also es gibt ja, also wir reden ja wirklich von drei, vier Einstellungen, in denen das abläuft, wirklich wie ein Uhrwerk voller Details, alles ist, also es gibt ganz viel zu entdecken und sozusagen, also ich bestaune das so ein bisschen so wie, wie vielleicht so der Hintergedanke von den Weltwundern, also von Menschen gebauten Dingen mit besonderer Ausstrahlungskraft, also ich schaue da eigentlich so hin und dann meine Gedanken können sich sozusagen da ziemlich frei bewegen, also und zwar in dieser Welt. Was bauen wir da? Wofür ist das gut? Und natürlich bemerke ich, interessant, wie uns eine Ästhetik immer irgendwie wichtig ist, also wenn diese, wir bleiben ja vielleicht wirklich mal an dieser Stelle mit dieser Mondlandung, wenn da so sternförmig diese Kuppel sich so aufschiebt, also es hat ja wirklich eine hohe Ästhetik, also es war jetzt auch ein bisschen so, also wir Menschen kommunizieren ja mit Sprache, mit allen möglichen Medien und natürlich auch mit den Dingen, die wir bauen und wie sie funktionieren, ne? Also das sind ja, also was ist einladend, was ist abwehrend, also ich sehe eine wirklich wahnsinnig schöne, moderne Welt, schön, weil sie so neugierig, optimistisch ist und nicht, also da sieht wenig nach Militär aus, also das ist nicht frei davon, ne? Also es gibt ja auch sehr gewalttätige Momente, ne? Also Hell 9000 macht mir von Anfang, von ab der ersten Sekunde schreckliche Angst, so, also das wirkt wie keine gute Idee, diese, dass der überall da ist, wo Hell überhaupt überall eingebaut ist, krass, ne? Wie der Teil dieses Pods auch ist und so, also all diese Dinge sind, also, aber das gibt's halt ständig zu sehen, also ich, wie soll ich sagen, ähm, ich, also, für mich ist das sozusagen wie ein Dokumentarfilm, der schlauerweise seine Zuschauer nicht für dumm verkauft und über die Bilder drüber kommentiert, sondern ihr seht doch, was ich euch zeige und, äh, wenn ich hier noch eine Minute länger draufbleibe und ihr durch, äh, die klassische Musik von Johann Strauß, äh, irgendwie das Gefühl habt, hier erhebt sich was oder hier kommt, wird wieder mal was auf den Boden zurückgeholt oder hier gibt's vielleicht auch mal eine ironische Brechung, dann macht, also ist das wie eine Einladung zum Nachdenken über das, was man sieht. Das ist natürlich, aber wir reden wirklich von, das ist eine Form des Philosophierens, ne? Das ist kein, das ist keine Einladung zu, äh, einem actionreichen, äh, äh, Samstagabends, ne? Oder, oder zu, ähm, lass deine Gedanken quasi draußen und lass dich hier einfach nur überwältigen. Also, ich glaube, ohne eine eigene Haltung zu den Bildern ist das schlicht und ergreifend langweilig und der Plot kommt echt nicht gut voran. Also, das kann man, also, das ist auch wirklich richtig so, das stimmt auch. Also, das ist, das ist ein Image-driven-Film. Der ist nicht character-driven und der ist auch nicht plot-driven. Oder vielleicht ideen-driven, also die, es werden ja schon große Gedanken verhandelt. Der Dawn of Man. Na, Alter, ich meine, mit so einem Einstieg. Und, also, ich finde das auch schön, ich mag das so gerne, diese, 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 diese langen Einstellungen, diese sozusagen, also, man könnte ja böse sagen, die kleine Dia-Show unglaublicher Landschaftsmomente. Oder, ähm, ich weiß nicht, bei mir passiert. Ja, ich weiß nicht, äh, ja, ich schweige es ab. Erzähl doch mal, sag mal. Also, gerade dieser Anfang, denke ich auch immer wieder, den habe ich eben abgespeichert als deutlich länger, glaube ich. Während dann, als ich den jetzt geguckt habe, dachte ich so, ja doch, das ist echt ein guter, starker Rhythmus. Das ist nicht zu lang. Das ist ein, völlig, äh, geht total in Ordnung, die Länge. Natürlich muss man sich halt so ein bisschen drauf einstellen. Achso, ja, die unterhalten sich natürlich mit, äh, Rufen und Schreien, aber nicht mit, äh, ausformulierten Sätzen. Aber, äh, ja, doch, das ist sehr ökonomisch. Du, weißt du, ich, 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 ich weiß jetzt, wahrscheinlich geht das allen Menschen so. Ich betreibe jetzt einfach was von mir und ich vermute, dass das anderen Menschen auch mal ähnlich geht. Wenn ich mal im Zoo einem Panther lange zuschaue oder ich vielleicht gerade dabei bin, wenn ein, ein, ein großes, wildes Tier da gerade das rohe Fleisch verzehrt, ja, äh, oder wenn ich in einer Tropfsteinhülle bin und mir vorstelle, wie viele Tausenden von Jahren sich das hier formt, was jetzt so eingefroren in der Zeit scheinbar vor mir ist, aber in Wirklichkeit ist alles in Bewegung. Und, äh, die, 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 die Tierwelt folgt einer solch brachialen Logik. Dagegen sind so meine kleinen, süßen, menschlichen Befindlichkeiten fast lächerlich, ja. Also, ich, ich kriege so eine Momente plötzlich im Zoo in der Tropfsteinhülle, wo ich so, also auf eine schöne Art finde, werde ich auf ein wunderschönen, glückliches Minimars zurückgeschrumpft, so. Äh, fühle mich nicht jetzt überflüssig so. Ich bin schon Teil von dem Ganzen. Äh, aber ich mag gerne daran erinnert werden an meine, ähm, wirklich im besten Sinne, ist nicht böse oder nicht, 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 nicht geringschätzig gegen mich selbst. Ich werde so auf mein, auf, auf meine, auf meine Wenigkeit wieder zurückgebracht, so. Nur so kann ich ja staunen über die in einer Linie stehenden, äh, Planeten zum Ende, ne. Also das, ach, Max, ich weiß auch nicht, also ich seh jetzt da und ich finde, das ist, das ist, das so erhebend ist das für mich, äh, wie wenn ich gerade einem Naturspektakul zuschaue, so. Ich finde, das, das schafft 2001. Ich glaube, das ist auch der Blick. Das ist der Blick von, also wenn ich, äh, wenn ich den joggenden Typen, äh, äh, hinterher fliege, fahre, wie er, äh, sozusagen, äh, diese 63 Grad, äh, von Kopf bis Fuß, äh, wie soll man das beschreiben, das ist ja wirklich furchtbar, die so einen visuellen Film jetzt hier irgendwie nachzuerzählen, aber. Ja, das Riesenradabläufe, so ein Hamsterrad. Ja, das ist interessant, ich ärgere mich ja, dass ich das so genau weiß, natürlich, äh, wie das technisch funktioniert ist. Ich kann mich sehr wohl daran erinnern, dass ich das das erste Mal im Fernsehen gesehen hab und ich komplett vor einer Rolle war und es gibt schönerweise auch noch heute Einstellungen, die ich nicht kapiere, wenn sie, ne, in bestimmten Formationen erst durch einen Tunnel und dann wieder in eine, also sozusagen in die Drehung hineingehen, ich, es gibt immer einen Moment, wo ich kurz mir nicht mehr erklären kann, wann, wie, was sich gerade dreht, damit das jetzt geht, so. Ja. Und das, das ist, das ist total schön, weil, äh, diese Bilder ja so funktionieren, sozusagen, das so lange stehen zu lassen, äh, also, sie stehen zu lange, als dass sie nur für sich selber sprechen. Wenn ich, wenn ich, wenn ich dazu nicht in irgendeiner Form eine Position, eine Aktivität, äh, im Kopf sozusagen auslösen lasse, ja, weiß ich nicht, dann geht's an einem vorbei, aber ich hab das komischerweise nicht. Ich, ich sitz da drin und bin wirklich total, äh, auch gefesselt. Also, auch wirklich, auch, also, wenn, wenn, wenn Hell dann sozusagen vollstreckt, das, das ist total krass, diese, diese Lebenslinien, die da so eine nach der anderen zum Strich werden, das ist, boah. Ja. Also, ich will gerade mit den Frauen, wenn die da eben dann einmal den Kreis gehen, sozusagen, und plötzlich auf dem Kopf stehen. Ja, ja, es ist, 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 wenn man, 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 man automatisch einfach so, hä, ich glaube, das ist auch so ein Ding, einerseits bei, also, wie zum Beispiel bei diesen Landeanflügen, man weiß eigentlich, was passiert. aber trotzdem und es passiert vielleicht auch nichts so ungefähr, aber trotzdem wenn man wegguckt und einfach nur für 10 Sekunden hat man irgendwie was verpasst also habe ich immer, da habe ich auch immer mal das Gefühl zwischen, naja er wird jetzt landen dann gucke ich weg und oh was, irgendwie habe ich jetzt gerade was verpasst, nee scheiße, also dass man eigentlich auch nicht weggucken kann trotzdem so Ja ich habe gerade so dran gedacht mit was für einer Begeisterung ich früher Raketenstart so bei Cape Canaveral so in den Fernsehübertragungen geguckt habe so das ist ja jetzt so visuell auch eher kompakt, es ist immer aufregend so, wenn sozusagen die Startsequenz ist so, dann fängt das Ding an zu starten und dann hofft man, dass das jetzt bitte nicht explodiert und dann ist es ja letzten Endes jetzt gar nicht so, also die Sachinformation, die es zu sehen gibt die habe ich schnell erfasst, aber da steckt halt noch mehr drin, das ist so das steht ja für was für eine Idee von uns Menschen wir müssen da hin und wenn wir da sind, dann bauen wir uns da zu Hause und dann den nächsten Schritt und den nächsten und den nächsten, also ich glaube das ist auch vielleicht die Haltung aus der sozusagen diese Bilder uns präsentiert werden, also dieses, ja lasst uns da das hin in die Atmosphäre, in den sozusagen in die Umlaufbahn sozusagen bauen und das ist nur die Startbahn für die nächsten Schritte ist ja, also für mich ist das irgendwie so ein bisschen diese, ja schon diese Western-Thematik, ne, immer die nächste Grenze und nochmal wieder die Grenze verschieben oder überschreiten und das ist der nächste und wir Menschen, es ist irgendwie süß auch, ne, dass wir so, dass wir so ticken dass wir das so wollen, ne, das ist so eine und bei dem Raketenstart denke ich mir dann halt auch mal so dieses, ne, wenn das jetzt klappt, das können wir ja, und das kann dann auch ich irgendwie, ne das ist total erhebend, ja, also deswegen passt ja für mich auch die klassische Musik so gut rein, also es gibt ja diese wunderschöne dramatische Geschichte, dass der Alex North einen wunderbaren Soundtrack komponiert hat, den Kubrick komplett weggehauen hat den kann man übrigens, wenn man möchte den kann man mittlerweile erwerben der ist dann doch später auch noch rausgebracht worden aber ich verstehe das sofort es ging dann irgendwann gar nicht mehr darum, das jetzt mit irgendeiner Filmmusik zu untermalen, sondern es, also was haben wir denn also, also wenig Dinge funktionieren ja quasi so erhebend wie die klassische Musik, die jetzt schon das ein oder andere Jahrhundert überdauert hat, da bin ich jetzt gar nicht so richtig firm und weiß gar nicht, wie alt die blaue Donau eigentlich ist, ne, aber oder, also sprach Zarathustra, das weiß ich gar nicht, wie lange das her ist, aber ich, übrigens, ich merke gerade so, wie ich über die schöne Musik rede, bei, bei Zarathustra Zarathustra, nervt mich tierisch, dass so ein Bierhersteller das in der Werbung so verbraten hat, das ist leider wirklich kaputt ich denke danach immer, ich muss eine bestimmte Biersorte kaufen aber, aber ich, 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 also ich habe halt wirklich gemerkt, als ich eben angefangen, das sozusagen einzuprogrammieren da bei der Vorführung, so, okay, jetzt ist die Intro-Musik vorbei, jetzt kommt, oh ja, oh ja, diesen Vorsprung, oh ja, das ist schon ein bisschen geil, wenn jetzt hier 2011 Space Odyssey steht und dieses Ding, ich habe einmal kurz so aufgedreht, dass man es auch im Haus wahrscheinlich gehört hat, diesen Moment und dann habe ich schon gedacht, ja doch, komm, Orchester, spiel mal schnell hier. Das ist schon geil, oder? Mann, das ist ja auch ein bisschen toll, so Mensch sein, Leben und, und, und entdecken und, und zu nächsten Welten aufbrechen, also all das steckt tatsächlich in, in 2001 drin, was für ein genialer Titel, Odyssee im Weltraum, also was will man denn jetzt noch, also ich finde also die Einladung ist auch sehr klar an die Zuschauer, also wer 2001, Odyssee im Weltraum guckt und sich dann ärgert, dass da keine kohärente, bis zum letzten alles erklärende Handlung plus eindeutige Hauptfiguren und, 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 und noch ein kleines Liebesdrama dazu bekommt, das weiß ich gar nicht, was war denn die Erwartungshaltung, da heißt ja nicht, naja, ich weiß auch gar nicht über wen ich mich gerade aufrege, ich tue gerade so, also ich fand sozusagen die Atmosphäre im Kino war total schön, dass es Menschen gibt, die gerade sich da gerade an dem Bahnhof nicht abgeholt werden wollen, das ist total okay, also die machen dann was anderes so, ne, also ich habe auch nur völlig irritierte Blicke von meinen Kollegen geerntet, ich war gerade auf einer Weihnachtsfeier und habe gesagt, so, ich muss jetzt mal ins Kino, so, und ich habe dann gar nicht, nee, ich habe gesagt, ich muss jetzt mal los, ich habe zweieinhalb Stunden was vor und die wussten gar nicht was, so, und die konnten überhaupt nichts damit anfangen, wenn ich ihnen sage, ich habe jetzt gerade 2001 geguckt, alles gut, also ich nehme das gern für mich in Anspruch und teile das gern mit allen, die das auch. Du bist ja auch nicht der Einzige, der diesen. Überhaupt gar nicht, das ist total schön, das ist so, da trifft man dann wirklich die Bekannten wieder, die so sowas sich da immer einfinden. Aber auch ein paar wieder, die ich noch nicht kannte, also. Ja und schön, also das gehört ja dazu, dass dieses, also wenn diese Filme schon die Kraft haben, die Jahrzehnte so zu überdauern und aus meiner Sicht nichts einzubüßen, dann heißt das ja im Umkehrschluss auch, dann dürfen auch nächste Generationen das für sich entdecken und also ich finde, das ist auf jeden Fall ein Film weit, weit, weit über dem, was man sozusagen jetzt vielleicht mal als Fußnote braucht, so um bestimmte filmhistorische Entwicklungen zu markieren, der, wie ich auch vorhin schon sagte, hat sich seine Einzigartigkeit bewahrt, weil ich wüsste wirklich nicht, wo ist denn gerade ein Regisseur, der mit solchen Budgets wie Kubrick sie damals auch zur Verfügung hatte, also äquivalent dazu, gerade so mutig ist, solche Dinge zu produzieren, also Christopher Nolan dachte ich, wäre das so, aber der ist im Zweifel, ist der wirklich ziemlich straight, also der, der muss einfach auch dafür sorgen, also kann ich, was weiß ich, was der denkt, was er muss so, aber auf jeden Fall sind das, also die sind für mich und im Kern sind sie ganz schön überraschungsfrei, da staune ich immer, ich mag die gar nicht ungern so, ich will nur sagen, wo ist denn der, also ich weiß nicht, ob Darren Aronofskys Mother so ein Film ist, so, den habe ich nicht gesehen, der hat das so ein bisschen ausgestrahlt, wo ich dachte, ja, da traut sich was, aber wir reden natürlich jetzt auch von einem fast schon Independent-Streifen da an dem Beispiel, ich weiß noch nicht, in der Science-Fiction-Welt, mir fällt gerade nichts ein, aber ich bin auch vielleicht gar nicht gut. Na, ich habe halt zum Beispiel gedacht, als dann so manche Display-Einmeldungen kamen, so, ja, ist nicht bei Star Wars auch so, genau dieses Raster und auch diese Schriftart bei den Zahlen oder Blade Runner, wenn das dann so, wenn sie die Fehler... Also Blade Runner ist heftig, also die Überschneidung zu Blade Runner sind extrem. Die Fehleranalyse, selbst das Tongeräusch, klack, 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 klack. Gut, dass du das sagst. Deckard untersucht jetzt das Foto nochmal. Ja, ja, schön, dass das auch nochmal ist. Ich glaube, dass, also da habe ich auch nochmal sehr gestaunt, weil das ist, dieses Sounddesign ist ja auch, ist ja auch ein Teil dieses eine Welt erschaffen und wir haben das mit einem Haufen von Dingen zu tun, für die es damals gar keine Entsprechung gab, die also kreiert werden mussten. Wie klingt das, die in der Landesequenz, ne, und ich höre da ständig Geräuschkulissen, wo ich denke, das ist ja richtig geil, das geht richtig toll und das habe ich gedacht, weil, dass das 1982 sich Blade Runner ausgedacht hat. Zum Beispiel gerade diese, auch diese Idee von, wenn Menschen auf Computerbildschirme schauen oder auf andere blinkende Dinge, dass die sich so in ihren Gesichtern so widerspiegeln oder sogar richtig hineinreflektieren, also richtig die einzelnen Knöpfe da hineinleuchten. Das sieht extrem, also das ist, also das ist, also ich finde, also sowohl als auch, so wie sich eben einmal die ganzen Farben bei beiden noch spielen und dann vor allen Dingen bei Bowman eben, wenn das so total im Rot getaucht ist und dann dieser Augenschlitz total hell, also das ist auch. Ja, ja. Ich habe auch gedacht, zum Beispiel für Alien war für mich auch so, wenn sowohl diese Situation, jetzt macht doch mal das Schleusentor auf, natürlich wieder eine abgewandelt Form dessen und wer macht da eigentlich das Tor dann auf und so. Und aber vor allem auch dieser eine Innenteil, der so aussieht wie so, ja, ich glaube, da gehen sie gerade zu diesen kleinen Pottdingern, die eine Treppe rauf oder runter und so und da sind es so weiß wie, also da kannst du gegenlaufen und dann wirst du so halt weich zurückgeworfen oder so wie eben Mutter in der Nostromo, so diese Kapsel, da ist total hell. Ja, also, ey und Mutter in der Nostromo, Alter, wo kommt denn die Idee her von so einem sprechenden Computer, der das ganze Schiff in der Kontrolle hat? Also das ist schon süß, also da muss, also, aber ich glaube, da erzählen wir jetzt wahrscheinlich auch niemandem was Neues so, ne, dass 2001 da wirklich der Startpunkt ist und für viele heute auch noch ein Fixpunkt ist, also wie macht man es im Zweifel so wie bei 2001, das ist schon erstaunlich. Das, das, ja, was würde ich sagen, ich, wo du gerade nur mit Farben im Spiel gerade kamst, das ist mir schon auch nochmal sehr aufgefallen. Äh, es gab zwei, drei, also, natürlich ist das Finale voller, äh, 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 ähm, wie soll ich sagen, äh, ja, psychedelischer Farbenspiele. Da ist auch das ein oder andere, äh, Moment vielleicht dabei, dass aus heutiger Sicht eher unfreiwillig komisch ist, wenn da, ne, die, die eingefärbten Landeanflüge sind, aber es gibt halt, also, da komme ich noch, ich vielleicht nochmal drauf, ich glaube, zurück zu diesen organischen Effekten, ich fand die auch extrem großartig. Ich wollte nochmal so zu den Farben und fand das sehr aufregend, wie das aussieht, wo das auch plötzlich so in Handkamera übergeht, das ist nochmal wieder der, äh, der, der Flug, der lange Flug zum, äh, Monolithen auf dem Mond, wo die da sich ihre Stullen auspacken, da, ne, plötzlich sind wir so, in der Cockpit, in der Cockpit, alles rot, wackeln wir da so mit der Handkamera, ist wieder wirklich sehr dokumentarisch, der Moment, und, äh, äh, dann ist das da so fahlgrau, leicht bläulich, draußen nochmal intensiver, bläulich, wo ich richtig denke, so, ja, vielleicht ist das, weiß gar nicht, ob das alles so beabsichtigt war, aber das ergibt jetzt eine hochstilisierte Hyperrealität, so, ich weiß gar nicht, ob ich das denn nennen soll, ne, und das gibt es immer wieder, dass, also, äh, äh, dort, also, also, so wie ich das heute gewohnt bin, dass man mit digitalen Möglichkeiten Farbkorrektur sehr präzise macht und sozusagen nur einzelne Bereiche so verändert, wie sie sonst in der Natur gar nicht vorkommen, ne, und der Film hat einige von solchen Momenten, die ihnen auch nochmal eine, ja, ich weiß nicht, also, also auf jeden Fall ein Aussehen verleihen, das so nicht zu dem passt, was ich sonst kenne von 1968, ja, also, wirklich, also, ich finde, er hat sich wirklich schön in seiner Zeit entkoppelt, so, also den, ja, also am ehesten wahrscheinlich noch durch irgendwelche Gestaltungssachen, so, Kleidung oder eben die Stühle da in der Station, ne, aber sonst, ja, noch, noch nicht, äh, gnadenlos veraltet oder so, ne. Also, das fand ich jetzt nochmal richtig geil, also, zum, im, im Finale, ähm, nach den Lichttunneln, wir plötzlich übergehen, also, wo auch die, die Musik schon wirklich total entrückt ist und man nicht mehr weiß, ob man eigentlich gerade nur noch quietschende, äh, Züger auf, auf, äh, schleifenden Schienen irgendwie so, ne, so ein Quietschen und Gekreische und Gedröhne und da drauf dann dieses, äh, was ja vermutlich in irgendwelchen interessanten chemikalischen Lösungen, äh, unter interessanten Lichtbedingungen gefilmt wurde, also, wir sehen halt, also, wir haben das Gefühl, wir sind mitten im Kosmos, der sich gerade so richtig einmal um sich selbst wickelt, keine Ahnung, wie wir es beschreiben sollen und ich fand das so unglaublich geil, da gab es eine Einstellung, da war ich kurz im 3D-Film, ja, also, da hatte ich auf eine Zweidimension an Leinwand geguckt und ja, ich habe keine Worte dafür, es wobbelte und schmurbelte und ich dachte einfach nur, wenn jetzt irgendjemand auf die Idee gekommen ist, hier gerade bekifft, im Kinosaal zu sitzen, dann könnte es glatt ein bisschen viel sein, also, das ist ja wirklich auch nochmal schön, ich konnte das gestern Abend sehr gut nachfühlen, wie das auch, also, für eine ganz bestimmte Generation im Jahre 68 ein ganz besonderes Kinovergnügen war, also, das hat dann schon fast was von einem, ja, quasi heiligen Ritual, sich das sozusagen, dieser Reise auszusetzen. Ja, das ist schon echt. Also, ich, ja, ich könnte da auf jeden Fall, glaube ich, endlos drüber schwärmen, freue mich sozusagen, dass das jede Vorführung oder jede Ausstrahlung löst bei mir auch immer nochmal eine neue Begeisterung aus und jetzt, wo ich weiß, dass das eben sozusagen noch Reserven hatte da in den digitalen Möglichkeiten, mich würde da wirklich sehr eine 70mm-Vorführung interessieren und bin extrem verführbar bei nächstbester Gelegenheit, sowas mal wahrzunehmen. Das ist ja einer so der Klassiker, die gerne mal so, wenn irgendwo 70mm-Vorführung im Routshow-Format sozusagen mit dem Aufwand und den passenden Leinwänden und Locations, dann ist der ja nicht selten mit dabei und vermute ich wahrscheinlich, weil er auch einer von irgendeinem Farbmaterial ist, dass die Zeit gut überdauert hat. Super, achso, nee, super Panavision sieht richtig, ne, und ja, das ist nicht alles. Ja, schön. Ja, ich, so, das ist sie jetzt also geworden, diese verschwärmerische Folge, bei der du mal versucht, was zaghaft noch einzuflechten, dass du den einen oder anderen Landeanflug vielleicht doch zu lang fandest. Ja, ich weiß nicht, ob ich ihn zu lang finde, aber so dieses, naja, ist jetzt nicht, okay, wir sind da gelandet, wir sind da, andererseits, es vermittelt eben auch diesen Eindruck, es ist halt eine lange Reise, das ist nicht einfach so, hier so, also wenn du jetzt, weiß ich, vielleicht im neueren Film, so, wir müssen jetzt zum Mond, zack, sind sie auf dem Mond, ne, den Schnitt heben wir uns auf für die paar tausend Jahre von der Oberzeit ins Jetzt springen. Beziehungsweise ist natürlich auch interessant, dass man ja eigentlich, die Jetzt-Zeit sieht man nicht, man sieht die Vergangenheit und die Zukunft, ne, aber die Jetzt-Zeit wird ja quasi ausgeblendet und eben fast komplett auch das Leben auf der Erde, wenn man eben diese Bildübertragung weglässt da noch. Also ich meine, also das ist ja auch nochmal für jemanden, wie es dann die Kubrick, der ja auch Dr. Strangelove gedreht hat, der alles andere als optimistisch zu den internationalen Beziehungen der Welt war, ist das ja wirklich schön, dass, also er lässt sozusagen die Gegenwart, also die eigene und unsere sowieso weg, springt in eine Zukunft, in der die Sachen scheinbar sich zum Besseren entwickelt haben. Also zumindest gibt es nichts, was wir vermuten können, dass es, also wie das ja sonst heute gerne mal so im Science-Fiction-Genre ist, da ist ja quasi in jeder zweiten Exposition taucht ja diese Stelle auf mit, wir haben unseren Planeten in die Grütze geritten, so, ne. Aber der strahlt noch schön blau rum, ja. Ja, schön, ne. Ja, und man merkt aber auch da dem an, ja, so eine Vermutung, wie das wohl so aussehen könnte, weil so ganz genau wussten die das in den Entfernungen auch immer nicht, ist auch wirklich niedlich, ne. In einem der Bonus-Materialien sagt ja auch, unsere Darstellung von der Erde, die sind eigentlich, also das kannst du eigentlich keinem mehr anbieten heutzutage, wie die gemalt haben und so. Aber es gab kaum Referenzen, da hatte Gravity und so einiges jetzt im Voraus. Ist das denn für dich eigentlich ein eher utopischer oder eher dystopischer Film? Total utopischer und wirklich, ich finde mich auch ein zutiefst optimistischer Film, ja. Also weil ich sehe das, was da am Ende passiert, als eine sehr optimistische Idee von, von einem, einem nächsten Schritt. Also der, der nächste Schritt wird sozusagen, ist jenseits unseres eigenen gegenwärtigen Horizonts, aber es ist ein guter. Ich, ja, ich, ich stehe das. Für mich ist das wirklich. Klare Antwort. Ja. Also auch wirklich den Teil mit, den, also wieder sozusagen ein, 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 ein Mann sozusagen, sozusagen in wenigen Momenten, in wenigen Augenblicken wortwörtlich, äh, da so altert und dann so, ja, also wie das so ist, ne? Man, scheinbar stirbt man und ist weg, alles für immer, aber irgendwie auch nicht. Ist übrigens geil, oder? Dass dieses Baby wirklich aussieht wie Bowman. Also das ist echt abgefahren. Eine Auge ein bisschen größer. Naja. Das ist wirklich. Und das ist übrigens auch super geil. Das gehört hier einfach zu unserem Podcast jetzt immer dazu, wenn wir die Dinger auf der großen Leinwand gesehen haben. Ich hab doch vorher noch nie, dass dieses Auge sich bewegen gesehen. Das ist doch wirklich oberaffengeil, dass sich das bewegt. Ich weiß, dass ich Bonusmaterial gesehen hab, wo sie denn das Modell von diesem Baby zeigen. Und ja, wir können ja auch die Augen bewegen. Dachte ich, ja, warum habt ihr es denn nicht gemacht? Ja, da muss man was ein bisschen größer sehen. Es ist auch sowas wie, dass ich eher von Alien noch herkenne, so dieses, ja, es sind halt alles gebaute Sets und wenn du irgendeinen Knopf gedrückt hast, ist irgendwas passiert. Also, weil du vorhin zum Beispiel auch diese, ja, Pressekonferenz ist ja nicht diese Konferenzrunde, wo der Fotograf dann erst da tippt und draußen tippt dann auch nochmal, da die Tür wieder zugeht und so. Also diese Sachen, wo normalerweise die Filme dann wahrscheinlich sagen, naja, wir machen das außerhalb des Bildes oder so und hören vielleicht noch ein Türgeräusch oder sowas und hier ist das eben, das ist gebaut. Da war das, ne? Also, das ist da. Wie schön, dass du das so sagst. Ich bin mir ja gar nicht so sicher, aber auf jeden Fall hab ich das null in Frage gestellt. Es war super glaubwürdig und es war nicht so lächerlich wie bei Star Trek in der Fernsehserie so am Anfang, wo man dachte, da hat wieder der Assistent die Pappe reingeschoben. Ja, also so und dann eben natürlich auch, wie gesagt, dieses Riesenrad da. Und ich muss auch sagen, das ist für mich wahrscheinlich eine der, da ich das ich eben weiß, naja, der Typ da oben ist jetzt irgendwie so fest angekettet, damit das eben so, damit er da hingehen kann. Und da ist eben kein Schnitt, wenn er da hinter dieser Mittelsäule verschwindet. Und dann kommt, merkt man auch, dass etwas in ihm sich löst, wo er nicht mehr auf dem Kopf hängt. Also, wenn Bowman dann, also ich wäre jetzt nicht weiß, wovon wir reden, der muss den Film einfach nochmal gucken. Sonst kann man unmöglich erzählen. Er kommt durch die Leiter rein und geht dann einmal die halbe Runde rum. Ja, wenn wir verstehen, dass das ganze Set sich wie ein Riesenrad dreht und die Kamera sich entsprechend auch immer, dass sie eben nicht merken, dass sich das ganze Set dreht, sondern es so aussieht, als würden die Menschen einfach in 63 Grad auch auf den Kopf gehen können. Und dann gibt es halt den Moment, wenn Bowman ankommt, was ja dann de facto der Moment ist, wie wieder normale Schwerkraft für alle beide gilt. Und da sehe ich richtig so, also, dass aus so einer versteiften Haltung in seinem Bademann plötzlich so eine etwas gelöste Geschichte wird, weil es wird sich schon ein bisschen anders anfühlen. Ja. Weil das war ziemlich hoch, das sind quasi 15 Meter oder so. Das ist extrem. Also ich habe halt die 38 Tonnen im Kopf, die das Ding schwer war, dieses Gerüstgerät, aber auch eben eine Riesenhalle, wo das überhaupt reinpasste. Das sorgt ja wirklich für irrsinnig besondere Einstellung, also nicht nur in diesen ganzen Kamerafahrten, sondern auch die, weiß ich, was ich meine, also aus welchen Winkeln die Kamera drauf guckt. Die guckt immer aus wirklich extrem seltsamen, irgendwie von oben schräg um die Ecke. Es ist so lauter perspektivische Verzerrung, aber ja, also ich habe keinen Zweifel daran, ich gucke gerade einen Film aus der Zukunft. Also es ist wirklich so. Ja. Ja. Also auch im Sinne von, man findet ja dann auch andere Bilder, wenn man in so einer krassen Station mit einer dokumentarischen Kamera unterwegs ist. Also das mag vielleicht, das mag vielleicht wirklich das sein, dass das ein Teil dessen ist. Also wenn ich sage, das kommt mir vor wie ein Dokumentarfilm, wenn er doch so wenig hat, was wir vielleicht eher mit Reportagen immer so verbinden, also was es angeblich authentisch macht. Das sind ja alles sehr komponierte Bilder, aber sie wirken halt so, als hätte man sie komponiert an jenem Ort, als gäbe es ihnen wirklich. Und da wissen wir ja durch die Behind-the-Scenes-Dokumentationen, die so rumschwirren, da kann man auch tolle Fotos im Internet dazu finden. Vieles davon war ganz schön doll da. Also auch tolle Konstruktionen, mit denen die Astronauten denn so durch die Lüfte geschoben worden sind. Immer mit dem genau dem Kamerawinkel, dass der Rad nicht zu sehen ist. Es ist wirklich toll, wenn Böhm in diese Luftschleuse. Das ist auch obergeil. Ist ja das eigentlich auch wirklich selber? Also es gibt in dem Einweg, wo sagt er auch, ja, naja, sie sehen ja, wie schnell ich da rein und wieder raus und das ist, da ist eine Tür. Also das ist jetzt nicht gepolstert gewesen, so ungefähr. Da hat es ihn wohl, da haben wir auch nur zwei Takes gedreht. Mehr wollte er nicht machen. Es gibt ein krasses Lachen der Erleichterung so im Gesicht, das habe ich auch jetzt erst durch die große Projektion gesehen, wo ich kurz sagte, ist er das überhaupt? Dachte kurz, es wäre vielleicht ein Stuntman gewesen. Ja, das war wohl auch. Ja, und wenn er den Herrn abschaltet, ist das halt wirklich auch fantastisch, wie er da so hinein schwebt. Auch allein da schon wieder, dieses Rot so, einfach als Bild eben so. Und auch da finde ich das sehr stimmig, dass sozusagen der Speicher dort auf diesen Glasplatten ist so, dass es, also das ist, also zumindest in der Theorie, ein äußerst effektiver Massenspeicher, also da könnte man so einiges reinlesern. Ach ja, schön. Und das finde ich dann eigentlich auch interessant, dass wenn er das dann eben abschaltet, dass dann nochmal Floyd tatsächlich der Typ ist, der den sagt, hier, das ist übrigens eure Mission, jetzt wo ihr alle wieder wach seid. Also dass da eben auch dieser Bogen zu der Geschichte davor geschlagen, wobei ich da auch überlegt habe, sind die jetzt eigentlich alle tot durch diesen blöden Ton, den sie da abbekommen haben, durch das Signal, sind die bewusstlos und dann verblutet, die Ohren bluten oder sonst was, aber ne, anscheinend ja nicht. Ja, das stimmt, ja. Du, ich meine wirklich, das kriegst du in keinem Drehbuchseminar erzählt, wie du quasi eine Handlung, also erstmal mit Affen, ich lasse mal kurz den Prolog weg, der macht es ja nur noch abgefahren, aber also dieses Ganze bis hin zum Monolithen auf dem Mond, um dann in einem Schnitt die komplette, das ist der kompletten Cast quasi, zu wechseln und also das kannst du eigentlich, also ne, jeder Drehbuch-Guru würde sagen, das geht's doch nicht. Ja, und ich finde 2001 ein schöner Beweis, dass es sehr wohl geht und damit macht er sich sicherlich auch neben Freunden auch den ein oder anderen gelangweilten Feind, aber. Und vor allem auch so als hartes Schnitt in der Regel ja auch, ne, also wie gesagt, dieser Match-Cut ja sowieso am Anfang oder dieses Jupiter-Mission, 18 Monate später. Sag mir mal, gibt's auch nur eine einzige Blende? Es gibt irgendeine Abblende war dabei, ich bin mir nicht sicher, ob das bei der Intermission das war, aber es wird einmal wirklich so, dann wird's schwarz, also es blendet schwarz. dieses Schnitt-Herschwenken bei den Mündern, das könnte sein. Irgendeine Szene, die so, nenne ich aus Franz. Und die letzte sicherlich blendet auch ab, ja. Wobei, ne, ich glaub, die letzte ist wirklich auch hart, ne? Ja, und das sind wieder die Musik. Ups, aber es ist uns eben viel. Das ist übrigens, also, weil ich das da vorhin so reingeworfen hab, also, wer Lust hat, guckt sich das mal an, was für messerscharfe Schnitte in jedem Moment das ist. Also, ich find so einen, der, weil er so, 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 so schön simpel ist vielleicht, ne, also, äh, weil ich glaube, es sind wirklich nur zwei Einstellungen, die, ähm, unser, wie heißt der Typ, der sozusagen diese Pressekonferenz auch hält, oder diese, Also, Floyd. Ne, Pressekonferenz ist er nicht, ja, also genau, wenn Floyd da seinen Kollegen mal ein Briefing gibt, ähm, dann ist das quasi eine totale, sehr Zentralperspektive und dann eine seitliche, ja, halbnah Porträt, ne? Also, halt, wenn man so 70 Millimeter Kameras hat, dann ist auch das Porträt noch ein bisschen offener und, äh, die Momente, wie das hin und her schneidet, also, ich finde, das sind, es ist perfekt getimt, weil es ist schon eigentlich sehr irritierend, so, durch diese Zentralperspektive, totale, dann in so eine, so seltsam von der Seite zu schneiden, aber das sind perfekte Momente, in denen das passiert, also, ich weiß, deshalb frage ich mich zum Beispiel auch nicht so am stärksten, was bei der einen Cockpitperspektive, wo man die beiden Piloten sieht, die so leicht gekrümmt sind eben durch die Linse, wie wirkt das wohl jetzt auf tatsächlich so einer gekrümmten Leinwand und im 70 Millimeter Format, das ist, kann man so ganz leicht auf und eben auch ja dieser Raum, ne, der eben so ein bisschen länglicher wirkt, also mehr so wie ein Rechteck, wo es noch in die Tiefe geht und da hast du ja auch so dieses weiß strahlende Wendel, ne, es sind nicht einfach so Wendel, die Strahlen von selbst auch irgendwie. Also es ist schon, ich muss sagen, ich wirklich, noch in jedem Science-Fiction-Film habe ich Momente in Sets gehabt, wo ich denke, ach, das ist auch ein bisschen süß so, wie man sich jetzt halt das so hinbastelt, die gibt es echt in 2000, also lüge ich gerade und lasse ich irgendwas weg, wo ich dachte, naja, also die Raumanzüge, da muss ich manchmal ein bisschen schmunzeln, irgendwie wirken die irgendwie ein bisschen zu blechern oder so, Wie so, ja okay, zum Tauchen wird es vielleicht reichen, aber jetzt so, ja, Andererseits auch wieder geil, ne, mit dem Arm-Pad da, dass du da so eintippen kannst, dir deine Funktion und so ein Dinger. Okay. Ja, nee, also ich, da ist denen schon ein ganz schön guter Wurf gelungen. Ja, du, ich habe, ich habe fertig. Nee, ich weiß auch nicht. Doch, bei den anderen Podcasts war dann auch die Frage, na, wem würdest du den Film empfehlen, würdest du den Film empfehlen? Also ich würde zum Beispiel völlig unengeschränkt sagen, ja, angucken sollte man sich den auf jeden Fall mal. Wichtig ist vielleicht eben auch so ein bisschen in Stimmung zu sein oder sich darauf einlassen zu können. Ja, du darfst schon Lust haben und ich glaube, wer jetzt zu uns zum Beispiel jetzt bis hierher zugehört hat, hat glaube ich auch jetzt eine Idee davon, worum es geht. Also im Sinne von, worauf es ankommt, sich jetzt darauf einzulassen. Sag mal, wenn du sagst, so bei anderen Podcasts, so wer, wer, weißt du da wie, was man mal hören könnte? Also es gibt bei Kollegen von Second Unit gibt es einen Podcast, noch so ziemlich aus der Anfangsphase, das ist Folge irgendwas in den 30ern, glaube ich, und die sind ja mittlerweile auch bei, nenne ich 200 irgendwas, also das ist schon ein bisschen her. Dann noch nicht ganz fertig, aber auch noch relativ aktuell, ich glaube aus dem Oktober an November irgendwie ist die Folge vom Film Sprache Podcast und Patrick beim Bahnhofskino, das war glaube ich eine seiner seltenen Folgen, wo er mit seiner besseren Hälfte aufgenommen hatte. Wie bitte? Das gibt's? Irgendwo in den Archiven, in den Tiefen des Bahnhofskinos gibt es eine Besprechung zu 2001. Oh, da hast du sofort Lust, das zu hören. Ich weiß nicht, wie Patrick das findet, wenn er das jetzt hört, schweige denn seine Lebenspartnerin. Es ist öffentlich. Ja, 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 das wusste ich nicht, du wusste nicht, dass es das gibt. Ja, ich habe mich einmal irgendwann durchs, ich behaupte, durchs ganze Archiv gehört, ob ich alles nach oben gehört habe, aber da, schlummert auch noch irgendwo was, da kann man auch noch ein paar Worte dazu finden, ja. Ja, das, ich glaube, wir gucken mal, das können wir ja, glaube ich, in die Beschreibung, können wir das mal so durch verlinken, was wir da jetzt hier so am Podcast gerade genannt haben. Da verlinken wir euch mal die 2001 Folgen. Alle 2001 Folgen zu 2001. Falls ihr, genau, anders als es mir geht, Lust habt, das jetzt auch noch zu hören, macht doch bitte und schreibt den Leuten gerne noch was in die Kommentarspalte. Könnt ihr bei uns auch machen. Sag mal, Max, schreibt kaum noch jemand was in unsere Kommentarspalte. Glücklicherweise der Sonntagssoziologe, der hat nochmal wieder gesagt, da war es gut, dass wir ihm belehrt haben, wie das läuft, was er da sehen muss bei Nachtigall. Nein, aber dass wir da ihm anscheinend auch wieder ein paar Anstöße mit auf den Weg geben konnten für diesen Film. Ich hatte neulich auch mal wieder alles bei Belle de Jour. Nee, da kam glaube ich ein zu Dragon Inn und sagte mir, ja, war übrigens ein schöner Podcast. Wie, was, wo? Ja, hier, zu Belle de Jour. Das habe ich noch nachgegeben. Ich habe den Film nicht geschafft, aber ich bin jetzt zu Hause und habe mir jetzt eure Folge noch angehört. Ja, woher hast du das denn? Ja, von Christian. Da dachte ich erst, von dir? Und dann hast du gesagt, nee, das ist noch ein anderer Typ. Ich weiß, er meint noch einen anderen, den ich woanders herkomme. Ah ja, cool. Dann geht das wieder auf ein paar Ecken so. Ja, sehr schön. Also es freut mich auch sehr, dass das durch die Schatzkiste mittlerweile sehr eng verzahnt ist, weil für mich, also es braucht ja schon auch die gute Gelegenheit, den Film zu gucken, damit man ihn dann besprechen kann. Und das kann es ja nicht sein, dass wir immer nur in den Wohnzimmern hängen und auf kleinen Glotzen große Filme gucken. Also gerade auch bei diesem Film wieder hier. Ja. Das habe ich ja auch wieder gemerkt. Mir ist auch der eine Laufstreifen, der ist mir zu Hause hier nicht aufgefallen. Okay. Also ganz leicht sich mal bei der Jupiter-Mission durchzieht. Bei ein, zwei Einstellungen. Ja. Du, jetzt, ich habe ja dieses Ominöse angedeutet. Ich kann jetzt sogar noch nachdenken. Dieser ominöse Blick in die Zukunft. Ja, ja, genau. Ich kann das mal ein bisschen deutlicher machen. Also mir schwebt vor, eine Sonderfolge zu, wenn das Kino von unserer Zukunft träumt. Da gibt es ja so einige schöne Beispiele, gerade von Filmen, die in einer Zeit spielen, die wir schon längst erreicht haben. Und mal gucken, es wäre ja passend, wenn man das, so eine Sondersendung an einem Ort aufnimmt, wo es auch ganz schön zukunftsmäßig ist. Könnte ja sein, dass da irgendwie eine Gelegenheit ist, zwischen den Jahren sozusagen, wenn wieder Chaos Communication Kongress, diesmal in Leipzig ist. Aber ich, man weiß es einfach noch nicht so genau. Ich meine das sehr ernst. Ich habe das noch nicht final geklärt. Jedenfalls wird es aber ja in jedem Fall Ende Januar 2018 ja auch wieder eine wunderschöne neue, ganz reguläre Wiederaufführungsfolge geben. Können wir da jetzt schon spekulieren, was das ist, weil die Schatzkiste uns was Schönes vorgibt? Also in der Schatzkiste ist Spiel-Lied vom Tod geplant. Ja, da können wir ja nochmal einen Film besprochen und sprechen, den wir alle schon besprochen haben. Aber da weiß ich gar nicht, ob den alle besprochen haben tatsächlich. Nichtsdestotrotz, also da steht tatsächlich immer noch die finale Bestätigung aus. Ach so, okay, dann können wir das ja noch ein bisschen ominös halten. Das wäre echt ungünstig, weil der Plan quasi eigentlich schon steht. Naja. Aber da gehe ich auf jeden Fall hin, weil der gehört schon auch, das ist ja alles meine kleinen Lieblinge, die mir mal klar gemacht haben als Jugendlicher, da geht im Kino so einiges. Und für die konkret Antisa-Freunde, ab dem Dienstag, der 16. Januar im Metropol diesmal, ausnahmsweise, weil sich das terminlich nicht anders hat unterbringen lassen und am Sonntag, den 20. oder 21. Januar ist das dann, oder 16, 17, 19, 21. Januar, Sonntagnachmittag als deutsche Fassung einmal. Und das sind die beiden Chancen, mehr gibt es nicht. Ja, wundervoll. Das müssen wir dann gleich mal gucken. Das alles bringt euch das Lichtspieltheater wundervoll, träge das Programm, DV-Programm-Kinopreises 2017. Das ist schön, das hat mich sehr gefreut, dass ihr dafür ausgezeichnet werdet, dass ihr nicht nur aktuellen Kram zeigt, sondern euch ganz schön Mühe gebt, dass Kinogeschichte da stattfindet. Und gut, dass es auch so viele andere gibt, die das auch so wichtig finden wie wir. Zum Beispiel in der Uni Rostock die Medienabteilung, dort hat man ja maßgeblich dazu beigetragen, dass es so eine schöne DEFA-Reihe bei euch gab. Genau, und wird auch, glaube ich, im April ist schon wieder was geplant. Ich weiß nicht, ob das ausschließlich DEFA sein wird. Ja. Da geht es, glaube ich, mehr tatsächlich eben um 68, was für mich wieder ein paar Planungsschwierigkeiten bedeutet. Das Jahr wollte ich eigentlich auch noch ein bisschen in Deutschland abgrasen, aber naja, es kann ja nicht genug geben. Das ist aber gar nicht einfach mit den ganzen Luxusproblemen wieder hier. Beteiligten, die gute Kooperationen hinzubekommen. Ich wünsche euch da viel Erfolg und mal gucken, was wir da noch wieder so am Rande dazu beitragen können. Irgendwann muss ich mal von meiner heimlichen, kleinen Geheimprojektidee erzählen, aber die ist noch geheimer als diese Science-Fiction-Sonderesupport dieses Jahres. Genau. Aber ich hätte ja auf jeden Fall große Lust, es gibt da einen Filmemacher, der mich sehr beeindruckt und da würde ich gerne mal eine Retrospektive organisieren, aber ich würde die dann wirklich ernst meinen. Also nicht nur so mal zum Spaß, sondern so mal so richtig so für ganz viele und ganz groß, aber gerne in Rostock. Wollen wir mal gucken, weil gute Filme gibt es ja ständig auch neue. Wir finden schon eine schöne Gelegenheit. So. Ja. Ja. Also ich finde, es lohnt sich auf jeden Fall auch nächstes Mal wieder einzuschalten. Wer weiß, was aus all diesen aufregenden Plänen geworden ist und so sage ich, auf Wiederhören. Ja, dann das nächste Mal gibt es dann eine Mundharmonika. Ach nee, nach der Sonnerfolge. Naja. Auf Wiederhören. Ich dachte, du setzt jetzt noch an und summst die Melodie. ich sage die Melodie. Vielen Dank.